Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Studio und zu Hause an den modernen Rundfunk-Empfangsgeräten zu meinem Vortrag Klimawandeln auf den Spuren menschgemachter Desinformation. Mein Name ist Markus Fiedler, ich bin Diplom-Biologe und Lehrer und in beiden Funktionen komme ich auf verschiedene Art und Weisen mit dem Thema Klimawandel in Kontakt. Das ist zum einen das Molekül CO2, was für Biologen essentiell wichtig ist, weil es das Molekül ist, was Pflanzen überhaupt zur Photosynthese befähigt und uns allen ermöglicht, hier auf dieser Erde überhaupt zu leben. Und im zweiten Thema, nämlich als Lehrer, komme ich über die Schulliteratur zum Thema Klimawandel, weil die sich, sagen wir mal, sehr kreativ mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt. Damit sind wir gleich beim Inhalt des Vortrags. Womit werden wir uns heute beschäftigen? Es geht zum einen um Klimapropaganda, also ich werde sie kurz einführen in den Bereich, was uns alles über die Leitmedien erzählt wird, zum Thema Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe. Dann beschäftigen wir uns mit einem Thema, was, glaube ich, der Ursprung dieser modernen Debatte zum Thema Klima ist, nämlich der Hockeystick. Wie ist dieser Hockeystick entstanden? Was ist überhaupt der Hockeystick? Und dann damit verbunden ist das Wort Climategate. Wie kam es eigentlich zu diesem Climategate-Skandal? Dann beschäftigen wir uns mit der Wikipedia und dem Thema Klima. Was wird in der Wikipedia erzählt? Wikipedia ist ja auch ein Leitmedium. Und als solches, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird Wikipedia selbstverständlich das verbreiten, was der Regierungsmeinung entspricht und weniger dem, was dem Sachverhalten entspricht. Dann haben wir den Klimawandel in Schulbüchern, wie eben gerade schon angekündigt. Wir schauen uns an, was die Schulbücher zum Thema Klimawandel sagen. Dann beschäftigen wir uns mit chemischen CO2-Messungen, mit dem CO2 vor 1900. Also wie waren die Konzentrationen tatsächlich vor 1900? Was wird uns erzählt und was kann man aus Messungen entnehmen? Wir beschäftigen uns mit CO2 in Eisbockkernen. Sind die Daten aus Eisbockkernen verlässlich, die wir dort aus den Bläschen im Eis entnehmen können? Dann geht es um Eisschwund am Südpol. Das wird uns ja allen halben erzählt, dass am Südpol ein großer Tauprozess begonnen hat und der Südpol demnächst eisfrei ist. Stimmt das? Nachträglich veränderte Messwerte. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Damit werden wir uns beschäftigen im Zusammenhang mit einer Entdeckung, die ja vor inzwischen zehn Jahren gemacht wurde. Vor vor zehn Jahren, also elf, zwölf Jahre ist das schon wieder her. Und danach werden wir uns mit der 97-prozentigen Zustimmung zum Thema Klimawandel beschäftigen. Gibt es diese Zustimmung oder ist das alles erstunken und erlogen? Steigen wir ein. Der Spiegel startete schon 1986 mit einem sehr ikonischen Bild und wir sehen hier die Klimakatastrophe. Und wir sehen den Kölner Dom unter Wasser und das Wasser ist nicht etwa das Wasser aus Ruhr oder Rhein, sondern das ist das Wasser der Nordsee, die dann bis zum Kölner Dom reicht. Eine sehr kreative Interpretation des Themas Klimawandels. Dann das Gleiche nochmal. Der Spiegel kann es nicht lassen im Jahr 2022. Zeigt ja nochmal fast dasselbe Bild, diesmal mit einem Damm um den Kölner Dom herum. Und rette sich, wer kann. Es geht um die Klimakrise. Und ganz unten sehen wir, das 1,5-Grad-Ziel wird verfehlt, wie Deutschland sich jetzt wappt mit. Also wir werden darauf eingenordnet, dass alles ganz schlimm ist und wir demnächst alle sterben müssen. Genauso die Bild von 2007. Dort lesen wir geheimer Klimabericht. Wir haben nur noch 13 Jahre, um die Erde zu retten. Und in einem Artikel dazu lesen wir, wenn wir diese 10 Dinge tun, können wir die Erde retten. Und im Text, es ist ein Megaschock, schafft es die Menschheit nicht bis zum Jahr 2020 den Treibhauseffekt zu stoppen, löscht sie sich selbst aus unter entsetzlichen Qualen. Wir haben jetzt das Jahr 2023 und das heißt, wenn wir diesem Artikel folgen, leben wir in einer postapokalyptischen Gesellschaft. Der Klimawandel hat uns schon alle dahin gerafft und wir werden jetzt demnächst sowieso alle sterben, die restlichen, die von uns noch übrig sind. Es ist nicht der einzige Artikel, wir können noch einen bringen aus diesem Jahr und zwar ist der auch im Jahr 2023 erschienen. Da steht der kühlste Sommer für den Rest eures Lebens. Das heißt, wir werden regelmäßig mit solchen Artikeln bombardiert, die uns die nahende Apokalypse propagieren und verkünden. Das hat auch sehr viel mit Endzeitsekten zu tun. Vielleicht erinnern Sie sich noch an solche Aussagen von den Zeugen Jehovas, die also regelmäßig das Ende der Menschheit und das Ende der Welt verkündeten und mussten dann immer wieder mal das Ende der Welt nach hinten datieren. Und das ist natürlich eine Psychologie, die dahinter steckt. Das heißt, wenn ich von einem Ende der Welt in Hunderten von Jahren spreche, ist das für keinen relevant, weil alle sagen, ja, was interessiert mich das jetzt in meinem Leben? Ich werde ja nicht über 100 Jahre alt und deswegen müssen wir das Ende der Welt möglichst nah verkünden, damit die Leute zu irgendetwas getrieben werden. Angst ist ein wichtiger Faktor, um Leute zu irgendetwas zu bewegen und mit Angst kann man Leute sehr leicht in eine Richtung bewegen, von der man möchte, dass sie laufen. Die Frage ist, ob Angst immer ein guter Ratgeber ist. Und wir werden jetzt heute mal stichpunktartig in die einzelnen Themen reinschauen und ich hoffe, ich kann Ihnen da ein paar Türen öffnen und dass Sie sehen, was da eigentlich hinter steckt. Ist das wirklich mit Daten unterfüttert? Sind das reale Daten, die uns verkündet werden? Es geht ja hier angeblich um Wissenschaft und die Wissenschaft ist bereits sich einig, dass es diesen schrecklichen Klimawandel gibt und wir Menschen sind daran schuld? Oder geht es um etwas ganz anderes und die Daten widersprechen vielleicht sogar diesem Satz, der uns täglich um die Ohren gehauen wird? Ja, es gibt in der Wikipedia und auch in vielen anderen Medien gibt es diesen Strichcode, den Sie sehen. Dann sehen Sie auf der linken Seite blaue Striche für sehr kalte Temperaturen und je weiter ich nach rechts komme, desto wärmer werden die Temperaturen angezeigt durch rote Balken. Ja, dann sehen wir anhand der Bildunterschrift, dass sich das um den Zeitraum von 1850 bis 2018 handelt. Und wir können alle erkennen, uch, das ist aber alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr katastrophal warm geworden. Gucken wir uns eine andere Balkengrafik an. Das ist jetzt von der Seite No-Trick-Zone und die sieht eigentlich vom Aufbau sehr ähnlich aus. Present, das ist die Gegenwart, minus 1000 Jahre, minus 2000 Jahre, also 2000 Jahre vor unserer Zeit. Da sind wir bei den Römern und wir sehen, es gab hier eine Wärmeperiode. Hier gab es eine Wärmeperiode, da wurde es zwischendurch wieder kälter. Hier gab es eine sehr lange Wärmeperiode anhalten, das ist die sogenannte mittelalterliche Wärmeperiode. Dann wurde es kälter, es kam die kleine Eiszeit und dann am Ende wurde es wieder wärmer. Und wenn wir das dann vergleichen, das Ende mit den Wärmeperioden, die wir vorher schon gehabt haben, sehen wir, das ist offensichtlich nichts Besonderes. Und vergleichen wir die beiden Graphen, dann sehen wir, naja, das Fenster von der Wikipedia und das, was uns so in den Medien von Klimaaktivisten um die Ohren gehauen wird, ist doch relativ klein im Vergleich zu dem, was man sich angucken könnte. Und man könnte auch die untere Grafik noch erweitern auf die letzten 10.000 Jahre und würde wieder so ein Muster erkennen von Wärmeperioden, von Kaltphasen, Wärmeperioden, Kaltphasen. Das folgt doch alles einer regelmäßigen Rhythmik und da gibt es nichts Panisches daran zu reagieren. Und man könnte vielleicht sagen, also das, was uns da von der Wikipedia präsentiert wird, ist nichts anderes, als wenn ich mich morgens um 8 hinstelle und panisch sage, oh Gott, es wird immer heller, wir werden alle erblinden. Und jeder andere würde sagen, ja toll, das wiederholt sich alle 24 Stunden. Was ist daran so Besonderes? Aber wir haben diesen letzten Klimawandel erzeugt. Also diese letzte Erwärmung, das ist der Klimawandel, den wir Menschen erzeugen. Stimmt das? Das ist die große Frage. Diese Balken, die Sie hier sehen, also diese Strichgrafik, die stimmt überein mit der Aussage von dem, was wir hier sehen. Das ist der sogenannte Hockeystick von Michael E. Mann, produziert im Jahr 1999 und so wie er hier abgebildet ist, ist er im IPCC-Bericht 2001 im Annual Report 3 oder 3 abgebildet gewesen auf drei verschiedenen Seiten. Hier als Beispiel die Seite 134. Und was wir da sehen, ist eigentlich relativ eindeutig. Wir haben über Jahrhunderte eine leicht abnehmende Temperatur, einen leicht abnehmenden Klimatrend, bis dann im Jahr ungefähr 1900 die Temperaturen nach oben schnellen. Und weil im gleichen Zeitraum auch die anthropogenen Ausstöße von CO2 zugenommen haben, macht man hier aus einer Korrelation eine Kausalität und sagt, ja, das CO2, was der Mensch ausstößt, ist für diesen Temperaturanstieg verantwortlich. Korrelation impliziert keine Kausalität. Das ist eigentlich das, was Sie als Wissenschaftler immer im Hinterkopf behalten. Nur wenn sich zwei Graphen gleichartig bewegen, wenn Sie zwei Parameter haben, die sich gleichartig von den Werten her entwickeln, heißt das noch lange nicht, dass der eine Parameter der Grund ist für den anderen Parameter. Eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten. Und wir sehen auch, dass wir mit den gleichen Daten oder mit ähnlichen Daten auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen können. Hier zum Beispiel eine Grafik von Jungquist aus dem Jahr 2010. Und da sehen Sie plötzlich, ups, das sieht auch wieder so aus wie bei dem Strichcode, den wir eben schon von No-Drick-Sungen gesehen haben. Es gab eine römische Wärmeperiode. Es gab dazwischen eine kleine Kältephase, dann wieder eine mittelalterliche Wärmeperiode, ganz deutlich zu sehen. Dann die kleine Eiszeit, hier unten Little Ice Age und hier wieder unsere derzeitige Wärmeperiode, in der wir uns befinden. Ein regelmäßiger Rhythmus, den wir auch hier wieder finden. Und es bezieht sich tatsächlich auf dieselben Daten. Also das sind die Daten der nördlichen Halbkugel, genauso wie auch Michael E. Mann behauptet hat. Er hat die Daten der nördlichen Halbkugel ausgewertet. Also, was ist richtig? Michael E. Mann oder Jungquist? Jetzt könnte man sagen, ja, aber die mittelalterliche Wärmeperiode war kein weltweites Phänomen. Das bezog sich nur auf eine kleine Region in Europa und sonst war das nirgendwo zu erkennen. Ist das wirklich so? Da hat sich jemand eine ganz große Fleißarbeit geleistet und hat sich richtig Mühe gegeben und hat das mal zusammengetragen. Also er hat verschiedene Arbeiten zusammengetragen, insgesamt über 1400 Arbeiten, Entschuldigung, 1268 Arbeiten und hat jede Arbeit mit seinem kleinen Pin versehen. Und die Farbe des Pins ist entscheidend, daran können wir nämlich erkennen, welcher Trend sich da zur mittelalterlichen Wärmeperiode zeigte. Rote Pins zeigten, dass es wärmer geworden ist. Blaue Pins zeigten, dass es kälter geworden ist. Wir haben grüne Pins. Das sind dann die Stellen, wo es feuchter geworden ist und gelbe Pins, wo es trockener geworden ist. Und was wir ganz deutlich sehen können, ist, dass diese mittelalterliche Wärmeperiode ein weltweites Phänomen war. Vor allen Dingen können wir das auf der südlichen Hemisphäre sehen. Also je weiter wir zum Südpol kommen, desto deutlicher werden hier die roten Pins. Das heißt, auch da gab es eine Wärmeperiode und im äußersten Norden sehen wir auch, da gab es auch eine Wärmeperiode. Das heißt, also diese mittelalterliche Wärmeperiode war ein weltweites Phänomen. Und in der Äquatorregion, dort sehen wir ein durchmüstes Bild. Da kann man sehen, okay, es wurde feuchter oder trockener, aber wir können da keinen Wärmetrend entnehmen. Okay, aber nördliche Halbkugel und südliche Halbkugel, ganz deutlich, es gab eine mittelalterliche Wärmeperiode. Also auch diese Aussage ist falsch, wenn jemand behauptet, die mittelalterliche Wärmeperiode hätte es weltweit nicht gegeben. Selbstverständlich gab es sie weltweit und es war eben nicht nur ein lokal beschränktes Phänomen. Was Sie hier sehen, ist nicht mit Fußangaben, also mit Fußnoten versehen, also keine direkte Quellenangabe, die kommt jetzt. Und zwar dazu habe ich bei einem anderen Medium, nämlich bei Apollut, bereits eine ganze Menge veröffentlicht. Das können Sie unter dem Stichwort das nicht passende Klimapanikpuzzle sich anschauen. Da sehen Sie unten hier auch eingeblendet den Link dorthin, den direkten Link, aber das können Sie auch dort ganz einfach finden, indem Sie auf die Suchmaske geben, geben Markus Fiedler ein oder halt Klimapanikpuzzle und Sie werden sofort alle Teile zum Thema Klimapanikpuzzle finden. Das sind inzwischen drei Artikel. Da werden noch über den Sommer noch weitere Artikel hinzukommen und im Herbst auch noch. Und deswegen wird es da auch noch mehr Stoff geben, was man nachlesen kann. Und dort finden Sie auch einen sehr, sehr großen Fußnotenapparat, mit dem Sie sich zu allen Teilen dieses Artikels, was ich an Aussagen getroffen habe, durchklicken können und dort sich die Originalquellen anschauen können. Ja, die Entstehung des Hockeysticks, der Climategate-Skandal. Das ist etwas, was mit dem Annual Report 3, also dem dritten Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarates, zusammenhängt. Und dieser Hockeystick ist von Michael E. Mann produziert worden. Und ich sehe nicht nur an dem Hockeystick, sondern auch an vielen anderen Themen in der Klimadebatte, dass es immer wieder auf dasselbe Kernproblem zurückzuführen ist, was man in der Wissenschaft eigentlich wissen sollte, wie man damit umgehen sollte. Und zwar, es geht im Wesentlichen um das Zusammenführen von zwei Datensätzen, die mit unterschiedlichen Messmethoden ermittelt wurden. Hier dargestellt auf der linken Seite ein Datensatz, der so fröhlich hin und her sich bewegt und dann am Ende ein Datensatz, der einen ganz klaren Aufwärtstrend zeigt, in Rot dargestellt. Und so wie man das hier sieht, passt das hervorragend zusammen. Die Frage ist, stimmt das so? Oder sieht das vielleicht ganz anders aus? Also erstmal für mich als Grundregel, wenn ich als Naturwissenschaftler sehe, da gibt es einen Datensprung, dann muss ich diesen Datensprung diskutieren. Und wenn dieser Datensprung genau an der Stelle auftritt, an der Übergangsstelle, wo die beiden Datensätze zusammengefügt wurden, dann sollte ich misstrauisch werden. Was könnte passiert sein? Was könnte sein? Zum Beispiel, dass der erste Datensatz auf der Y-Achse verschoben ist. Vielleicht sind die Daten ja so, dass man in Wirklichkeit auf jeden Datenpunkt einen Wert hinzuaddieren müsste oder davon einen Wert abziehen müsste. Und dann kommt das eben nicht so raus, dass sich die beiden Datensätze am Ende hervorragend, also dass die hervorragend ineinander übergehen, sondern dass die auch da schon einen Datensprung haben. Vielleicht habe ich ja mit der einen Messmethode einen Fehler gemacht und habe überall systematisch zu wenig oder zu viel gemessen. Zum Beispiel. Nächstes Problem. Zweites Problem. Auslenkung der Daten auf der Y-Achse. Da sehen wir, ja, sind die Daten vielleicht viel zu klein dargestellt? Ist es in Wirklichkeit so, dass ich in Wirklichkeit viel höhere Konzentrationen hatte oder viel höhere Temperaturen hatte und konnte das nur nicht messen, weil irgendwo ein Messfehler vorliegt? Also die Amplitude, die Auslenkung auf der Y-Achse. Darum geht es. Wie groß ist die? Ist die kleiner oder größer? Nächstes Problem. Es kann sein, dass sich die X-Lage der Daten verschiebt. Also es gibt einen Zeitversatz. Und das ist wirklich ein Problem, was wir in den Eisbockherren tatsächlich vorfinden. Wir wissen nämlich nicht genau, wie alt zum Beispiel die Luft in den Eisbockherren ist. Da gibt es eine große Unsicherheit. Also ist es so, dass dieser Datensatz nach vorne geschoben werden muss oder weiter nach hinten geschoben werden muss? Und schon gibt es Schwierigkeiten hier an der Übergangstelle. Oder aber ist es so, dass ich mich insgesamt mit der Zeit vertan habe, sodass ich die Zeitmessung stauchen muss oder vielleicht strecken muss? All das kann passieren. Oder ich habe eine Filterung der Daten. In Wirklichkeit hatte ich vielleicht Daten vorliegen, die sehr starke Schwankungen zeigten. Mit sehr vielen kleinen Schwankungen rauf, runter. Und den Datensatz, den ich ermittelt habe, der sieht ungefähr so aus. Also für die Techniker wäre das ein sogenannter Tiefpassfilter. Das heißt, also ich kann hochfrequente Daten überhaupt nicht darstellen. Ich kann nur tieffrequente Daten darstellen. Also Daten mit einer niedrigen Wiederholungsrate. Und Daten mit einer hohen Wiederholungsrate sind überhaupt nicht abbildbar mit meiner Messmethode. Das kann auch passieren. Ja, am Ende nochmal die Wiederholung. Auffällige Datensprünge müssen diskutiert werden. Wer das nicht macht und damit versucht zum Beispiel eine Doktorarbeit zu veröffentlichen und die Prüfer bekommen das mit, der fällt durch. Wenn Prüfer mitbekommen, dass man mit zwei verschiedenen Messmethoden gemessen hat und das nicht darstellt in seiner Arbeit und nicht explizit sagt, das sind zwei verschiedene Messmethoden und dann auch diese Eventualitäten zumindest teilweise durchdiskutiert, die für den jeweiligen Fall relevant sind, dann ist man durchgefallen. Das darf man nicht machen. Das ist unredliches wissenschaftliches Arbeiten. Jetzt kommen wir zum Climategate-Skandal. Also wir sind wieder bei dem Hockeystick von Michael E. Mann. Der Hockeystick wurde wie gesagt 2001 im Annual Report 3 veröffentlicht vom IPCC. Und da ist jemand darauf aufmerksam geworden. Das war der Steve McIntyre. Und Steve McIntyre hat erst versucht, per Anfrage Daten zu bekommen. Also er fand die Kurve seltsam, hat versucht, die Kurve zu Hause zu reproduzieren. Und weil er selber auch Mathematiker ist und ein sehr gute Mathematiker, ist das vielleicht nicht der schlechteste Mann, sich mal mit dieser Kurve zu beschäftigen. So und was ihm passierte, war sehr seltsam. Und zwar spricht er davon, dass ihm keine Daten gegeben wurden. Also Michael E. Mann bzw. das Team haben ihn über Monate, über Jahre hinweg hingehalten und ihm nicht die Rohdaten herausgegeben, was eigentlich Grundlage ist für wissenschaftliches Arbeiten. Normalerweise würde man sagen, ja bitte, hier sind die Rohdaten. Wenn du einen Fehler findest, wir würden uns freuen, dann können wir das ganz nochmal korrigieren. Es geht ja um den Inhalt unserer Arbeit und nicht darum, dass wir hier irgendwelchen Blödsinn verbreiten. Und ich würde mich freuen darüber, wenn ich an einem Punkt korrigiert werden könnte, der vielleicht vorher falsch ist. Je schneller das stattfindet, desto besser. Das wäre redliche Wissenschaft. Ja, es ist nichts passiert und dann passierte spätestens im Jahr 2005 etwas. Also es gab diese Climate Audit-Seite schon im Jahr 2003, aber 2005 startete das richtig. Und Steve McIntyre fing an, weil er eben keine Daten bekam, ständig irgendwelche Posts zu schreiben, wo er dann beschrieb, wie er verzweifelt versucht, diesen Hockeystick zu reproduzieren und es nicht geschafft hat. Es gibt dazu eine Gegendarstellung. Michael E. Mann sagt, nein, ich habe alle Daten von Anfang an rausgegeben. Jetzt müssen Sie sich überlegen, welche von beiden Darstellungen entspricht der Wahrheit. Also wenn Michael E. Mann alle Daten rausgegeben hätte, würde dann Steve McIntyre sich die Mühe machen, so einen Blog zu schreiben, der ja inzwischen Bildschirmkilometer einnimmt und man also durch eine Textwand durchscrollen kann zu dem Thema Climategate-Skandal. Ja, und das ging immer weiter bis dahin, dass irgendwann wahrscheinlich jemand von den Lesern von dem Steve McIntyre sich dazu entschlossen hat, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und zwar nannte er sich Mr. FOIA. FOIA, Freedom of Information Act im Englischen. Und es gibt also in den USA so ein Gesetz, was dem Normalbürger die Möglichkeit gibt, an Daten heranzukommen, die die Behörden nicht so gerne rausgeben. Und das hat jetzt dieser Mr. FOIA im Jahr 2009 selbst in die Hand genommen. Und zwar hat er im September 2009 und zwar genau um 1958 hat er die Daten auf weltweit zugänglichen Servern veröffentlicht und dann konnte jeder lesen, was denn da so an E-Mails vor allen Dingen hin und her gegangen ist. Also diese Datensätze, die veröffentlicht wurden, enthielten im Wesentlichen viele, viele, viele E-Mails und da waren noch einige Sachen drin, wo man sich so sagte, was ist das denn jetzt? Zum Beispiel Folgendes. Hier schon in der Übersetzung. Ich habe gerade Mike's Nature Trick genutzt, indem ich die tatsächlichen Temperaturen bei jeder Serie der letzten 20 Jahre, also ab 1981 und bei den Daten von Keith ab 1961 mit berücksichtigt habe, um den Rückgang zu verbergen. Im Englischen war das Mike's Nature Trick und Hide the Decline. Das waren die beiden Stichwörter, die damals verbreitet wurden und es gab einen Riesenaufschrei, weil das ist schon in der Sprache, merkt man, hier versteckt irgendjemand etwas. Das hat nichts mit redlichen, wissenschaftlichen Arbeiten zu tun. Worum geht es? Das ist die Veröffentlichung aus dem Jahr 1999 und da sehen wir, es geht also um diesen sogenannten Hockeystick. Hier unten sehen Sie schon, wie das gemeint ist. Es gibt also einen langen Schaft. Das ist also dieser Zeitraum von minus 1000 Jahre bis knapp vor der heutigen Zeit und dann ungefähr ab 1900 beginnt die Klinge des Hockeyschlägers. Das sind also die steigenden Temperaturdaten, die hier zu sehen sind. So, dann sehen Sie hier so eine riesen Spaghetti-Geschichte und in Rot sind die Daten von Herrn Jones, in Grün sind die Daten von einem gewissen Herrn Briffer angegeben und in Blau, das sind die Daten von Michael E. Mann. Die wurden hier alle verglichen und wir sehen doch wunderbar, naja gut, hier unten gibt es ein paar Unterschiede, aber am Ende sind Sie sich alle einig und es gibt hier steigende Temperaturen. Ist das wirklich so? Nein, so ist es nicht. Wir gehen nochmal zurück. Den Daten von Keith ab 1961 mit berücksichtigt. Also wer ist Keith? Keith ist Keith Briffer. Das heißt, der Herr Jones, der Herr Mann und der Herr Briffer standen alle im E-Mail-Kontakt und die haben so hinter den Kulissen miteinander gestachselt und überlegt, wie sie da ein Problem beseitigen könnten. Und welches Problem das ist, kann man sich schnell vergegenwärtigen, wenn man sich die Originaldaten von dem Herrn Keith Briffer anguckt. Hier in schwarz dargestellt. Diese schwarze Kurve hier sind die Originaldaten, die Keith Briffer irgendwann mal veröffentlicht hat. Und dann sehen wir hier hinten einen starken Abfall der Temperaturen. Das ist aber im Widerspruch zu den Thermometerdaten. Die Thermometerdaten zeigten im selben Zeitraum einen starken Anstieg. Hm. Wenn ich so etwas sehe, ein Abfall der Temperaturen, gemessen aus Baumringdaten, wir kommen da gleich dazu, dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, hm, vielleicht ist da mit der Methode irgendwas nicht in Ordnung. Was haben sie daraus gemacht? Das hier. Sie haben da irgendwie die Temperaturdaten mit reingefiedelt und am Ende denkt man so, naja, klar, die Temperaturen steigen, die Daten aus den Baumringen steigen auch, ist alles in Ordnung mitnichten. Das sind die Originaldaten. Hm. Baumringdaten. Wie ermittelt man das? Man schneidet Bäume ab und schaut sich an, wie weit sind denn die einzelnen Baumringe voneinander entfernt. Das ist keine triviale Methode, das ist ziemlich aufwendig. Das Problem an diesen Baumringdaten ist, dass Bäume natürlich nicht nur schneller und langsamer wachsen bei Temperaturunterschieden. Also wärmere Temperaturen wachsen die Bäume schneller, kältere Temperaturen wachsen die Bäume langsamer in diesem Jahr. sondern es gibt ja noch andere Parameter. Das heißt also Bäume wachsen zum Beispiel bei mehr CO2-Angebot wachsen die unheimlich schnell. Das ist ein Düngemittel für Pflanzen. Ja, und die Pflanzen sind mit den heutigen CO2-Konzentrationen, auch wenn es inzwischen 400 ppm und mehr sind, sind die immer noch auf starke Diät gesetzt. Pflanzen sind nicht gewohnt, eigentlich bei solchen niedrigen CO2-Werten zu wachsen. Also das Enzym, was bei den Pflanzen für die Fixierung des CO2 zuständig ist, das ist die 1,5-Bisphosphat-Carboxylase-Oxygenase, die Rubisco. Die ist entstanden, wo wir viel, viel höhere CO2-Werte in der Umwelt hatten. 7000 ppm und noch höher. So, und jetzt ist die Frage, CO2, dann Wasserangebot. Wie viel Wasser hat die Pflanze zur Verfügung? Hat sie vielleicht zu viel Wasser oder zu wenig Wasser? Dann wächst die Pflanze auch langsamer. Oder wie viel Sonne hat die im Angebot? Gibt es viele Wolken in einem Jahr? Oder gab es viel Sonnenschein? Oder gab es vielleicht zu viel Sonnenschein? Dann kommt die Pflanze unter Lichtstress. Ganz schlimm für Pflanzen übrigens, wenn sie kalte Temperaturen haben und gleichzeitig sehr viel Sonneneinstrahlung, dann kommen die richtig unter Lichtstress, weil sie nämlich die vielen Photonen, die sie einfangen können, gar nicht in chemische Moleküle binden können. Und dann fangen dann in der Chloroplastenmembran alle möglichen Prozesse an, und wo Proteine oxidiert werden. Gut. Also, es gibt viele, viele Parameter, die dafür zuständig sind, dass ein Baum schneller wächst. Und deswegen sagt er auch schon Briffer selber, naja, also meine Baumringdaten, das ist problematisch. Die kann man nicht unbedingt dafür benutzen, um eine verlässliche Kurve herauszufinden für die Temperaturdaten vor unserer Zeit. Also man nennt das Proxy, das sind also indirekt ermittelte Temperaturdaten. Ja, aber nichtsdestotrotz hat man das ja gemacht. Man hat das zusammengeführt und dann kam das dabei raus. Und dass hier damit schöner aussieht. Das heißt im Klartext, wenn ich jetzt hier drauf gucke, kann ich nicht sehen, was vorher gewesen ist. Also ich kann nicht entscheiden, ob die Daten verlässlich sind oder nicht. Wenn ich das hier sehe, weiß ich ganz genau, die Daten sind nicht verlässlich. Also weiß ich auch, dass die Daten in der Vergangenheit von dieser Kurve nicht verlässliche Daten sind. Und um das nicht zu torpedieren, wie gesagt, hat man diesen Decline, diese Abnahme versteckt. Es gab eine Rechtfertigung dazu von Michael E. Mann in dem zugehörigen Paper zu der Veröffentlichung, also zu dem Graphen, den Sie gerade gesehen haben. Und dazu sagte der Richard Mueller, Professor am Department of Physics an der Universität Berkeley, er sagte, diese Rechtfertigung von Mann und Kollegen in der Veröffentlichung hätte keinen Peer-Review-Prozess überlebt in einem Magazin, in dem ich gewählt wäre, zu veröffentlichen. Deutlicher können Sie von einem Wissenschaftler nicht hören, dass das grober Unfug ist, was Sie da gemacht haben. Man sollte meinen, naja, diese Kurve wäre dann nicht zu veröffentlichen. Weit gefehlt, wie gesagt. Im IPCC trat sie auf. Hier in einer anderen Variante von Seite 134. Da können Sie sehen, man hat zwar nicht überall die Temperaturdaten in alle Kurven mit reingerechnet, aber hier die Briffer-Daten in grün, sind wieder ab 1960 abgeschnitten und man sieht keine fallenden Daten von dem Keith Briffer, die man aber haben müsste, um zu erkennen, dass da irgendwas faul ist mit dem Datensatz. Dann gibt es noch einen gewissen Herrn, Herrn Lord Christopher Moncton. Und ihm ist es zu verdanken, dass wir noch viel mehr über diesen Climate-Gate-Skandal in sehr pointierter Fassung erfahren können. Und er hat noch auf viele kleine Details aufmerksam gemacht, die doch wirklich den Wissenschaftler ratlos zurücklassen und sagen, was ist denn da los? Und zwar, es gab ein Programm bei Michael E. Mann, was die Temperaturdaten der letzten Jahrhunderte bearbeitet hat und zusammengefügt hat. Und dann sagt der Herr Moncton, naja, basierend auf den Ergebnissen von dem Steve McIntyre, den wir vorhin schon gesehen haben, also der kanalische Mathematiker, wenn man da zufällige Daten reingibt, rotes Rauschen, also einen vollkommen zufälligen Datensatz, dann sucht dieses Programm gezielt diese Datenverläufe heraus, die am Ende einen Hockeyschläger aufweisen. Das heißt, die über Jahre hinweg nichts anzeigen, keine großen Veränderungen und am Ende einen starken Anstieg haben. Und jetzt frage ich mich doch, Moment mal, ein Programm, was gezielt solche Daten raussucht, die am Ende einen Hockeyschläger haben, geht er da ergebnisoffen dran, der Herr Michael E. Mann, oder ist das eventuell eine Forschung, die zu einem ganz bestimmten Ergebnis führen soll? Dann sagt Herr Moncton, es gibt noch was weiteres. Es gibt einen Ordner mit Sensored Data, mit zensierten Daten. Eine Datei in einem Ordner mit zensierten Daten. Und in dieser Datei fehlten 20 Baumringdatensätze, die man rausgenommen hat aus der Gesamtrechnung und ohne diese Baumringdatensätze kam folgender Graph zustande. Wenn man die Baumringdatensätze aber drin hatte, kam sofort die mittelalterliche Wärmeperiode wieder rein. Das konnte man nur herausfinden, weil es eben diesen Climategate-Skandal gab und im Zuge des Climategate-Skandals wurden auch auf den Servern von dem Hacker auch die Rohdaten veröffentlicht. Da konnte man sehen, ach gucke mal, wenn ich jetzt diese 20 Baumringdatensätze, die da rausgenommen wurden, wieder reinnehme, dann erscheint plötzlich die mittelalterliche Wärmeperiode wieder. Was ist das denn? Ist das vernünftiges wissenschaftliches Arbeiten oder geht es hier darum, dass ich ein bestimmtes Ergebnis erzielen möchte? Ich schreibe dazu ohnehin noch einen Artikel und wir werden dann sehen, dass es tatsächlich so ist, laut Daten von Steve McIntyre, dass es vorher, vor der Veröffentlichung des IPCC-Reports hat es Absprachen gegeben beziehungsweise es war den Veröffentlichern bekannt, was das IPCC gerne haben wollte. Und so wie es aussieht, haben sie auch das genau geliefert, was das IPCC gerne haben wollte. Das ist wiederum aus den E-Mails, die da hin und her gingen, sehr gut zu erkennen. Christopher Monken kommt dann zu einer Gesamtbewertung des gesamten Themenkomplexes mit dem Hockeystick und er sagt, It's not for me to say that this is a fraud, a criminal fraud. Hell yes, it is for me to say that. Im feinsten Oxford-Englisch. Und die Übersetzung wäre, es steht mir nicht zu, zu sagen, dass das ein Betrug ist, ein krimineller Betrug. Verdammt, ja, es ist an mir genau das zu sagen. Ja, also der Lord Christopher Monken kommt zum Schluss, dass das hier eigentlich ein Wissenschaftsbetrug ist, um den es geht. Das müssen Sie jetzt selbst entscheiden. Ist das so oder ist das nicht so? Wir kommen zum nächsten Thema. Now to something completely different. Nein, kommen wir nicht zum etwas komplett anderem, sondern wir beschäftigen uns genau mit diesem Thema Klimawandel und mit dem Thema Hockeystick-Kurve und mit dem Thema Climategate-Skandal in der Wikipedia. Wie wird denn das da dargestellt? Und da sehen wir, dass das unter einem ganz anderen Titel firmiert. Da sehen wir auf einmal den Hacker-Zwischenfall am Klimaforschungszentrum der Universität of East Anglia. Also hier geht es nicht mehr darum, dass irgendjemand eine Kurve manipuliert hat, um der Öffentlichkeit vorzuflunkern, dass es über Jahrhunderte hinweg keine Temperaturveränderung gab und am Ende eine Riesentemperaturveränderung, für die wir alle selbst verantwortlich sind, sondern es geht darum, dass da ein böser Hacker gewesen ist, der die Öffentlichkeit darüber informiert hat. Aber worum es eigentlich geht, wird hier gar nicht groß behandelt. Stattdessen finden wir folgendes Zitat. Von Klimaleugnern wurde die Affäre dabei als Beleg dafür herangezogen, dass es keinen Klimawandel gäbe oder sich bei diesem um einen Schwindel handele. Und eingetragen hat das ein gewisser Andol. Oder noch so ein Ding. Infolge der Veröffentlichung der Anschuldigung erfolgten Untersuchungen verschiedener Institutionen, bei denen sich kein Hinweis auf wissenschaftliches Fehlverhalten ergab. In der Wissenschaft wird die sogenannte Climate-Gate-Kontroverse als künstlich kreierter Skandal betrachtet und zu einer Reihe von Schlägen gegen die Klimaforschung gezählt. Wieder der Autor Andol. Ich selber mache mit dem Herrn Dirk Pohlmann schon seit längerer Zeit ein Format, das nennt sich Geschichten aus Wikihausen. Wir beschäftigen uns mit genau solchen Manipulationen in der Wikipedia. Und wir haben das Thema schon in der Folge 29 bei Geschichten aus Wikihausen sehr, sehr ausführlich abgehandelt. Und schauen Sie einfach mal rein www.wikihausen.de und suchen sich da die Folge 29 raus. Das ist eine sehr interessante Folge. In einer der letzten Folgen haben wir uns auch mit diesem Autor Andol nochmals beschäftigt. Da ging es nämlich um einen Internetstreit, könnte man sagen, zwischen einem Professor Quaschning und einem Professor Ganteföhr. Und das haben wir auch nochmal aufgenommen. Und wieder war der Autor Andol ein zentraler Autor, der damit dazugehörte. Und interessant ist dann, was dieser Andol für Artikel editiert. Und hier nochmal eine kleine Auswahl in der Wikipedia von den Artikeln, die er editiert. Die gesamte List nimmt wie der Bildschirmkilometer ein. Das will ich jetzt hier gar nicht zeigen. Ich will Ihnen nur zeigen, was so die entscheidenden Punkte sind. Es geht zum Beispiel um die Energiewende, um Windkraftanlagen. 418 Edit auf Windkraftanlagen, 601 Edits auf Energiewende, 405 Edits bei der Klimawandelleugnung, 31 Edits hat er noch bei Tucker Carlson gemacht. Übrigens, 405 Einträge bei Klimawandelleugnung heißt, dieser Andol hat den Artikel zur Klimawandelleugnung quasi im Alleingang geschrieben. Andol bestimmt, was Klimawandelleugnung ist und was Klimawandelleugner sind. Das ist die Frage, ist das eine demokratische Wikipedia oder ist das eine Einzelveranstaltung von diesem Andol? Horst-Joachim Lüdecke ist jemand vom EIC, vom Europäischen Institut für Klima und Energie und die sind sehr kritisch zum Thema Klimawandel, vor allem zum Thema menschgemachter Klimawandel, darum geht es ja immer und dementsprechend wird Horst-Joachim Lüdecke auch von diesem Andol in der Wikipedia bearbeitet. Im Stasi-Stil könnte man sagen, der wird richtig heruntergeputzt. Und jetzt haben wir schon die beiden, um die es jetzt geht in unserer Sendung, Volker Quaschning und Gerd Ganteföhr. Volker Quaschning ist hundertprozentig damit d'accord, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt und wir alle sind totale Klimasünder und wir sind dafür verantwortlich für diesen Klimawandel, der wird sehr positiv von Andol editiert und der Gerd Ganteföhr kriegt sehr negative Einträge von dem Andol, weil er ist zwar auch dafür, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt, aber er ist bei einigen Punkten relativ kritisch. Und das reicht aus, um von Andol in der Wikipedia komplett heruntergeputzt zu werden. Das heißt, man könnte sagen, wie hat das Dirk Polmann ausgedrückt, die beiden sind zwar beides Christen, aber Gerd Ganteföhr ist in der falschen Konfession. Also dann ist der Ofen aus, dann wird der heruntergeputzt. Stefan Rahmsdorf, naja, man muss einfach nur wissen, was die Leute vertreten. Stefan Rahmsdorf vertritt ganz knallhart den menschgemachten Klimawandel ohne Wenn und Aber, wird sehr positiv von Andol editiert. Michael Limburg, wieder jemand vom EIC, also vom Europäischen Institut für Klima und Energie, der wird negativ editiert, weil er nämlich kritisch zum Thema Klimawandel steht, zum Thema menschgemachter Klimawandel. Hans-Joachim Schellenhuber ist jemand, der ohne Wenn und Aber den menschgemachten Klimawandel befürwortet, also wird er positiv editiert. Stefan Hormburg ist kritisch zum menschgemachten Klimawandel, also wird er von Andol negativ editiert. Groß Ostheim macht überhaupt keine Aussagen zum Klimawandel. Groß Ostheim ist zufälligerweise die Stadt, aus der dieser Andol kommt. Inzwischen ist ja auch bekannt, wer das ist. Dazu können Sie sich unsere Sendung angucken. Schauen Sie mal rein bei Sendung Nummer 84 von Geschichten aus Wikihausen und finden Sie raus, wer das ist. Wenn wir ein bisschen Werbung dafür machen. Und Andol kommt aus Groß Ostheim ist Mitglied der Partei Die Grünen, hat dort auch eine Funktionsstelle auf regionaler Ebene und ja, interessant ist, dass er auch in einer lokalen Unternehmung zum Thema erneuerbare Energien ist ja aktiv und von daher ist es nur logisch, dass er sich zum Thema Klimawandel hier sehr exponiert äußert in der Wikipedia. aber was ich dann immer problematisch finde ist, also dieser Autor Andol ist im wahren Leben jemand, der hat also er ist Historiker, er hat Geschichte studiert und dann frage ich mich bitte, was befähigt jemanden zum Thema Kohlenstoffdioxid zu schreiben? Das ist ein chemisches Thema, das ist ein biologisches Thema, vielleicht ein medizinisches Thema, aber kein Thema für Historiker. Aber das passiert häufiger in der Wikipedia, das heißt, wir haben immer wieder Schreiber, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, wie man so schön sagt und die schreiben dann trotzdem zu solchen Themen. Christopher Monken, um die Liste mal jetzt weiter abzuarbeiten, haben wir eben gerade gesehen, ist zum Thema menschgemachter Klimawandel sehr kritisch, wird entsprechend negativ bearbeitet, genauso Fritz Fahrenholt und Sebastian Lüning, die haben beide zusammen ein Buch geschrieben, das zum Thema kalte Sonne und beide werden entsprechend negativ von Andol bearbeitet. Fritz Fahrenholt hat sich da zuletzt auch geradezu geäußert und wundert sich ein oder andere Mal, wie schlecht der in der Wikipedia wegkommt, obwohl er wissenschaftliche Positionen dort transportiert in seinen Aussagen und trotzdem werden die alle niedergemacht von dem Autor Andol zum Beispiel. Ja, und mittelalterliche Klimaanomalie, ich habe es gerade gesagt, das ist die große Frage, hat es diese Klimaanomalie gegeben oder nicht und Sie können sich vorstellen, wie Andol dazu editiert. Ja, jetzt kommen wir zu dem Klimawandel in Schulbüchern. Das ist sehr interessant. Ich bin als Lehrer damit ungefähr im Jahr 2015 in Kontakt gekommen, da hatten wir ein neues Schulbuch in der Schule und das sieht so aus, das ist das Bioskop, ist aus dem Westermann Verlag, der Druck ist aus dem Jahr 2011, es gibt davon inzwischen eine neue Ausgabe aus dem Jahr 2021, glaube ich, ist aber nicht weiter wichtig, weil das Thema Klima wird da exakt genauso abgearbeitet wie in allen vorhergehenden Bänden und wir schauen uns mal an, was dort zum Thema Klima steht. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist in den letzten 250 Jahren von 280 ppm auf 385 ppm stetig gestiegen und steigt auch weiterhin an, Abbildung 3. Allerdings hat es in der Erdgeschichte schon immer Schwankungen im CO2-Gehalt gegeben. Da der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten, bei niedrigen Werten kalte Zeiten, wie zum Beispiel die Eiszeiten der letzten zwei Millionen Jahre. Das ist aus dem Bioskop S2 vom Westermann-Verlag Seite 168. Die Korrelation, die hier angegeben wird, wird automatisch in eine Kausalität umgewandelt. Da der CO2-Gehalt, hier kommen wir zu Kausalität. Da der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten, bei niedrigen Werten kalte Zeiten, wie zum Beispiel die Eiszeiten der letzten zwei Millionen Jahre. Also viel CO2, viel Temperatur, hohe Temperatur, wenig CO2, wenig Temperatur. Das ist die Aussage, die hier im Schuhbuch steht. Jetzt wird da auf Abbildung 3 verwiesen. Abbildung 3 ist das. Und da sollen die Schüler anhand dieser Kurve diskutieren, was denn so aus diesem Eisbohrkern zu entnehmen ist. Jetzt habe ich Eisbohrkern gesagt, das steht ja gar nicht, wie komme ich darauf? Diese Kurve, die Sie hier sehen, ist wie ein Fingerabdruck. Und wenn man sich schon länger mit Eisbohrkern beschäftigt, weiß man, das ist der Vostok-Eisbohrkern vom Südpol, aus der Antarktis entnommen, über dem Lake Vostok. Da wurden Bohrkerne 3,7 Kilometer ins Eis reingetrieben, ungefähr vom Durchmesser her vielleicht so 15 Zentimeter. Und dann hat man aus großen Tiefen das Eis raufgeholt und diese langen Bohrkerne aufgeschichtet und nachfolgend analysiert. Gut, ich mache mit den Schülern das so, wie das vorgeschrieben ist. Ich mache erst mal alles, was im Schuhbuch drinsteht. Und dann haben wir uns, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, haben wir uns nur auf das CO2 und auf die Temperatur konzentriert. Das Metall habe ich ein bisschen weggelassen. Und es gibt dazu auch einen Lösungsvorschlag zu dieser Aufgabe. Also die Aufgabe lautet, deuten Sie die Kurven in Abbildung 3 und vergleichen Sie den heutigen Zustand mit den letzten 400.000 Jahren. Und dazu möchte das Schuhbuch, dass die Schüler zu folgendem Ergebnis kommen. Jetzt aus dem Lösungsheft für Lehrer. Da steht, die Abbildung 3 zeigt eine Periodik in der Konzentration der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Methan, damit einher geht synchron die Veränderung der Temperatur. Eine Periode dauert etwa 100.000 Jahre, wobei es jeweils zu einem starken Anstieg und danach zu einer allmählichen Abflachung kommt. Der letzte Anstieg unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid mehr als doppelt so hoch ansteigt als in den vergangenen Perioden. Eine größere Temperaturerhöhung ist damit zu erwarten. Das heißt, hier geht es um einen großen CO2-Anstieg und der wird wieder von einer Korrelation ausgehend als Kausalität dann umgemünzt und man sagt dann, ja, das CO2 ist für einen großen Temperaturanstieg in Zukunft verantwortlich. Mhm. Das ist die Aufgabe aus dem Schulbuch und ich hab dann den Schülern gesagt, so, wir beschäftigen uns mal mit den Originaldaten. Ich hab dann den Schülern die Originaldaten reingereicht, das heißt, die waren dann von der NASA herunterladbar, die Daten und hab dann gesagt, gut, ihr könnt natürlich auch die ganze Kurve ausdrucken, aber eure Aufgabe ist, ihr druckt mir bitte mal nur als Diagramm in dem Programm Excel oder in dem Programm Kalk von LibreOffice druckt Das haben die dann auch gemacht und das war dann Gegenstand einer Unterrichtsstunde. Das ist aber rausgekommen. Und jetzt muss ich Ihnen das mal genauso darstellen, wie wir es in der Schule immer machen. Es geht ja mal darum, dass wir auch alle von demselben reden, deswegen fangen wir erst mal an, das Diagramm zu beschreiben. Also es geht um die Daten aus den Vostok-Eisbock-Kern, es geht um einen CO2- und Temperaturverlauf zwischen 250.000 und 200 Jahren vor unserer Zeit. Wir haben zwei Y-Achsen, auf der rechten Seite sehen Sie die Temperaturvariation, 0 Grad bedeutet, das ist genauso warm wie heute, Plus Temperaturen bedeutet, es war wärmer, das heißt, wir können hier sehen, es war über 2 Grad wärmer damals, als es heute ist und Minusgrade bedeuten, es war viel, viel kälter. Okay. Die rote Kurve sind die Temperaturdaten, die schwarze Kurve sind die CO2-Daten. An den CO2-Daten kann man sehen, es sind einzelne Messpunkte sichtbar, die habe ich hier auch sichtbar gemacht und die Temperaturdaten sind so viele Daten, dass man die quasi kontinuierlich weiterführen kann zu einer Kurve. Jetzt dauert es eine Weile, manchmal dauert es bis zu 20 Minuten, dann melden sich nur die ersten Schüler und zeigen so leichte Verwunderung und fragen dann erstmal, wo ist denn jetzt die Vergangenheit und wo ist Zukunft und dann einigt man sich darauf, dass man das Diagramm von links nach rechts liest, also links ist in der Vergangenheit, rechts ist näher an der Gegenwart und dann sehen die recht schnell, naja, gucke mal, hier steigt die Temperatur zuerst und dann das CO2 und dann fällt die Temperatur zuerst und dann erst das CO2 und wenn Sie jetzt mal genau darauf achten, dann sehen Sie, dass hier das CO2 über lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau verbleibt und dann erst weiter fällt aber dann steigen schon wieder die Temperaturen und zwar vor dem CO2 und das CO2 folgt um mehrere Jahre dahinter ungefähr 500 Jahre 1000 Jahre je nachdem an welcher Stelle man das liest und das ist doch das Gegenteil von dem was im Schuhbuch steht im Schuhbuch stand zuerst steigt das CO2 dann die Temperatur und aus den Daten die im Schuhbuch referenziert werden sieht man genau das Gegenteil das Problem ist wenn sie sich das hier angucken das ist eine Grafik die ist 4 mal 4 cm das ist so ein kleines Ding daraus können sie gar nichts lesen außer eine Korrelation das hier ist so genau dass sie da reingucken können und sagen das ist aber ganz anders als wir uns das ursprünglich mal gedacht haben so jetzt ist die Frage sieht das nur ein Biologe und Schüler aus Oldenburg oder hat das schon jemand anders gesehen na klar das hat schon jemand anders gesehen und zwar die Leute die das veröffentlicht haben das ist die Arbeitsgruppe von Petit Jusel Rainow Barkov und so weiter und Banola das haben die 1999 im renommierten Magazin Nature veröffentlicht das war eine ganz große Veröffentlichung Climate and Atmospheric History of the Past 420.000 Years from the Vostok Ice Corps Antarktika und diese Veröffentlichung sagte schon innen drin es gibt diesen Zeitversatz hier in gelb markiert und in übersetzter Form der ganze Abseits in einer aktuellen Veröffentlichung präsentierten Fischer und Kollegen eine CO2 Aufzeichnung vom Vostok Eisbock herren die sich über drei glaziale Endpunkte erstreckte sie kam zum Schluss dass die Zunahme der CO2 Konzentration hinter der antarktischen Erwärmung jeweils um 600 plus minus 400 Jahre hinterher lief ach das ist aber komisch warum steht das nicht im Schuhbuch drin die verweisen doch auf die Daten was soll das wenn wir schon bei der Stelle sind ich gehe noch mal zurück es wird inzwischen ja anerkannt auch bei einem Professor Lesch oder bei einer MyLab MyT wird ja dann auch anerkannt dass die Eisbock Kerndaten genau das hergeben nämlich dass die CO2 Daten hinter den Temperaturdaten hinterher hängen und man sagt dann aber nein die CO2 Daten führen desto mehr Temperatur kommt da und dann lässt sich die Temperatur noch von dem CO2 beeinflussen also ein Feedback ein Rückkopplungseffekt den kann ich nun leider nicht erkennen gucken wir uns mal genauer diese Stelle hier an hier verbleibt das CO2 auf relativ langer Zeit auf hohem Niveau das kann man auch erklären ich vermute mal dass das an den Ozean liegt man muss überhaupt erklären woran liegt das Ganze hier also wenn die Temperaturen steigen erwärmen sich die Ozeane und dann blubbert das CO2 aus den Ozean raus also das CO2 was im Wasser ursprünglich als Kohlensäure gelöst war entweicht in Gasform als CO2 in die Atmosphäre je wärmer das Wasser ist desto weniger Kapazität hat das Wasser um CO2 zu lösen je kälter das Wasser ist desto mehr CO2 kann im Wasser gelöst werden das passiert ja hier auch also wir sehen an dieser Stelle die Temperaturen sinken und der und die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre nimmt ab das heißt die Konzentration im Wasser nimmt zu in den Weltmeeren nimmt zu nur ab hier wohl nicht mehr so richtig woran könnte das liegen naja die Weltmeere haben natürlich ein Riesenvolumen im Vergleich zur Oberfläche und das muss ja erstmal umgewälzt werden und ich kann natürlich CO2 immer nur an der Oberfläche aufnehmen und das dauert eine Weile bis ich dann dort wieder kaltes Wasser habe aus den Tiefen der Ozeane die dann weiteres CO2 aufnehmen können jetzt kann ich aber an dieser Stelle auch sehen ein Phänomen was zu unserer Fragestellung kommt wenn hier das CO2 auf relativ hohem Niveau verbleibt dann müsste ich hier am Fallen der Temperatur sehen dass sich irgendwas tut dass die Temperatur sich davon beeinflussen lässt tut sie aber nicht die Temperatur fällt fröhlich genauso weiter wie sie oben gefallen ist ich hätte erwartet dass sie vielleicht so leicht langsamer fällt tut sie nicht und das Schöne ist dieses Phänomen tritt nicht nur einmal den Eisbock Kern auf es genau dieses Phänomen da zu sehen ist nämlich dass dieses CO2 auf relativ hohem Niveau verbleibt und bei jedem Ende einer Interglacialzeit so nennt sich diese kurze Wärmeperiode zwischen den Eiszeiten bei jedem Ende einer Interglacialzeit sehe ich dasselbe Phänomen das CO2 bleibt auf hohem Niveau aber die Temperatur fällt fröhlich weiter runter das können Sie sich aus den Rohdaten selber anschauen und ich zeige Ihnen gleich noch wo Sie die finden können also hier ist der Hubertus Fischer das ist derjenige der eben gerade von Petit et al also von Petit und Kollegen erwähnt wurde und er schreibt das gleich im Abstract also in der Anfangskurzzusammenfassung in seiner Veröffentlichung er sagt hochauflösende Aufzeichnungen aus antarktischen Eisbockherren zeigen dass Kohlenstoffdioxid Konzentration 600 plus minus 400 Jahre nach der Erwärmung jeweils um 80 bis 100 ppm Volumenanteile ansteigen also hier steht es gleich in der Arbeit am Anfang drin jetzt könnte man sagen na gut okay das haben die vielleicht im Schuhbuch überlesen aber nein das Ganze wurde auch im IPCC Bericht veröffentlicht in dem selben IPCC Bericht den wir eben schon erwähnt haben nämlich im Annual Report 3 also es geht um den dritten Sachstandsbericht aus dem Jahr 2001 und da gucken wir uns die Seite 137 an und da sehen wir genau diese Grafik und jetzt gucke ich da drauf und denke mir so Moment mal das ist doch das ist dieselbe Farbgebung wie im Schulbuch das heißt der Schulbuchautor muss sich auf diese Grafik bezogen haben aha hm dann gucke ich mir die beiden Grafiken genauer an und dann gucken wir uns mal das hier an das CO2 steigt bis ins Unendliche bis auf über 83 ppm im Schulbuch im Original auch schwarze Kurve CO2 verbleibt das CO2 hier und bei ungefähr 280 ppm was soll das ich mach's kurz der Schuhbuchautor oder der Grafiker vom Schuhbuch war hier etwas kreativ und hat einfach mal so ein paar Daten hinten dran gezeichnet die es im Original nicht gibt diese Daten bis 380 ppm was auch immer gibt es nicht in den Vostok-Eisbockern die hören nämlich 2400 Jahre ungefähr vor unserer Zeitrechnung auf und ab da wurden keine Daten mehr ermittelt für das CO2 und dann sehen wir das sehen wir auch im Original aber eben im Schulbuch nicht das heißt erinnern wir uns nochmal an die Aufgabenstellung das Schulbuch wollte dass die Schüler anhand dieses CO2-Anstiegs am Ende ermitteln dass es da einen höheren Temperaturanstieg gibt dieser CO2-Anstieg ist in den Originaldaten aber gar nicht drin das heißt das Schulbuch fälscht den Datensatz gibt den Schülern ein gefälschtes Bild an die Hand und will dass die Schüler aus den gefälschten Daten ermitteln dass es heute einen höheren Temperaturanstieg gibt und hat den Schülern auch vorher schon gefälschte Daten geliefert im Text und behauptet dass das CO2 zu einem höheren Temperaturanstieg führt basierend auf den Daten vom Vostok-Eisbockern aber der Vostok-Eisbockern sagt was ganz anderes das macht mich wütend das ist keine Wissenschaft das ist Indoktrination das ist Mittelalter und jetzt sehen wir hier Datenfälschung gut kann ja sein dass der Grafiker sich gedacht hat das muss man dazu führen weil das hört man ja heute allen Teilen dass das CO2 so hoch ist deswegen klebe ich das mal hinten dran und das mit dem Versatz konnte er nicht wissen doch konnte er wissen denn rechts neben dieser Darstellung im IPCC Bericht stand wieder ein Absatz drin wo man wieder darauf verwiesen hat dass das CO2 600 plus minus 400 Jahre der Temperatur hinterher hinkt also er hätte es lesen können und wenn man sich den IPCC Bericht von 2007 anguckt dann sieht man sogar die Begründung nämlich die ich eben schon erzählt habe dass nämlich durch die höheren Temperaturen die Weltmeere das CO2 ausgasen und deswegen mehr CO2 in der Atmosphäre zu finden ist ich könnte mir vorstellen woran das liegt was das Schuhbuch da gemacht hat und zwar an folgendem Film das ist eine unbequeme Wahrheit von diesem Klimaguru El Gore der damit richtig viel Kohle macht jetzt sehe ich gerade der El Gore ist hier auf dem rechten Rand abgeschnitten na gut man soll sich auch nur mit den wichtigen Dingen beschäftigen im Leben die wichtigen Dinge sind in diesem Fall die Kurve und El Gore hat eine Kurve gewählt die maximal problematisch für den Zuschauer ist weil er kann nämlich nicht hier so einen Zeitversatz gut erkennen wenn man genau hinguckt dann könnte man das erkennen hier oben ist das was ist denn das das untere ist die Temperatur und oben ist das CO2 ich sehe sogar er hat sogar die CO2 Kurve absichtlich weiter nach links verschoben das heißt er hat hier auch die Daten doppelt gefälscht und hier hinten sehen wir er hat die CO2 Kurve weitergeführt das hier vorne sind Daten aus Eisbock das hier hinten sind wieder Daten von Luftmessung er führt zwei Datensätze zusammen das was man nicht machen soll ohne Diskussion verschweigt es dem Zuschauer und interpretiert da irgendetwas rein also im Klartext wir werden alle sterben es gibt eine Klimakatastrophe das ist ja das Ergebnis das ist eine sehr unbequeme Wahrheit El Gore macht hier Wissenschaftsfusch das hat nichts mit einer Information zu tun das ist Propaganda ganz einfach und er selber gehört ja auch zu den Personen die mit diesem Klimaschwindel einen riesengroßen Umsatz machen Nächste Schuhbuch es ist ja so dass der Westermann Verlag nicht der einzige ist hier haben wir ein Beispiel aus dem Klett Verlag das Makel Biologie Buch aus dem Jahr 2012 und hier ist schon die Seite wo wir das finden das ist die Seite 369 und dort finden wir folgenden Text dass zwischen Lufttemperatur und CO2 Gehalt ein enger Zusammenhang besteht sehen Sie in Abbildung 2 Seite 370 in der antarktischen Forschungsstation Vostok wurde ein 3623 Meter tief und 400.000 Jahre in die Vergangenheit reichender Eiskern gewonnen die Luftbläschen im Eis liefern Atmosphärendaten das Verhältnis von 18 O zu 16 O Informationen zur damaligen Temperatur also 18 O oder O18 das ist ein Sauerstoffisotop mit dem Gewicht 18 und 16 ist das normale Sauerstoffisotop oder der normale Sauerstoff der ein Atomgewicht von 16 U hat es gilt als gesichert dass die aktuelle Steigerung der Durchschnittstemperaturen auf der Erde direkt auf den gestiegenen Gehalt an Spurengasen zurückgeht es gilt als gesichert dass die aktuelle Steigerung der Durchschnittstemperaturen auf der Erde direkt auf den gestiegenen Gehalt an Spurengasen zurückgeht das ist das gleiche was in Westermann steht hier Spurengase sind CO2 und Methan und alles was dazugehört und das heißt mehr CO2 macht mehr Temperatur interessant ist dass die hier gleich im Text auf Vostok verweisen beim anderen Buch beim Westermann Verlag musste ich ja über die Kurve das detektivisch herausfinden dass es sich in Wirklichkeit um die Vostok-Eisbrokerndaten handelt in diesem Buch sagen sie es gleich das sind die Vostok-Eisbrokerndaten und sie stellen es wieder falsch dar jetzt gucken wir uns mal die Grafik aus Seite 370 an so sieht die aus und auch da sind die Kurven nicht ineinander geführt so wie ich das eben gezeigt habe sondern sie sind übereinander dargestellt sie haben hier unten die CO2-Konzentration in Rot und hier oben die Temperaturdaten in Schwarz das lehnt sich doch sehr stark an das an was der Al Gore gezeigt hat und auch hier wird an den Daten herum manipuliert schauen sie sich die rechte Seite an dieser Graf endet bei ziemlich genau 300 ppm aber in den Eisburgkern gibt es keine 300 ppm bei der CO2-Konzentration dort finden wir nur 284 ppm um genau zu sein 284,7 ppm das sind die Rohdaten die man sich aus dem Netz herunterladen kann die unter anderem von Petit und seinen Kollegen geliefert wurden und das Ganze endet bei 2342 Jahren vor unserer Zeit also da gibt es keine 300 ppm wenn sie sich die Daten selber herunterladen wollen und das Ganze mal nachprüfen wollen hier gibt es die QR-Codes einerseits für das Sauerstoff-Isotop und damit heraus interpretiert die Temperaturdaten und andererseits die CO2-Daten vom Eisburgkern aus Vostok das sind die aktuellen Adressen wo sie sich das herunterladen können und wenn sie das noch in getippter Form haben wollen verweise ich sie wieder auf meinen Artikel das nicht passende Klimapanik-Puzzle auf dem Portal von apolut.net dort finden sie im langen Fußnotenapparat auch nochmal die Links wo sie sich das Ganze herunterladen können ja wir kommen zu einem Thema was ich als Naturwissenschaftler in der Schule eigentlich nicht brauche normalerweise also das habe ich in meinem gesamten Studium eigentlich nicht kennengelernt sondern jetzt erst es geht um das Überwältigungsverbot es gibt einen Beutelsbacher Konsens und der lautet es ist nicht erlaubt den Schüler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers also wenn ich Daten fälsche ist das eine Überrumpelung da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber ich sehe ja auch schon Nicken im Publikum das ist ja genau so ist es es gibt noch einen zweiten Teil der wichtig ist was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen das heißt wenn das Thema Klimawandel kontrovers diskutiert wird und das wird es und ungeachtet der Tatsache dass in den Leitmedien vor allem ARD und ZDF immer nur eine Seite dargestellt wird dieses Thema wird kontrovers diskutiert das kann man auch nicht wegdiskutieren dann muss es auch in Schule kontrovers diskutiert werden und diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen Optionen unterschlagen werden Alternativen unerörtert bleiben ist der Weg zur Indoktrination beschritten und genau das werfe ich den Schulbüchern vor das ist Indoktrination diese beiden Schulbücher die ich hier gezeigt habe sind nur eine Auswahl von vielen Schulbüchern die sich dummerweise so weit vorgewagt haben dass sie auch noch die Quellen angegeben haben nämlich die Vostok-Eisborkenner dass man ihnen das also wirklich nachweisen konnte aber das sind ganz ganz viele Schulbücher diese Schulbücher müssten auf die schwarze oder auf die rote Liste dass die niemals Schüler in die Hand kriegen dürften das ist Indoktrination ich dachte so was würde in der DDR stattfinden aber nicht in der Bundesrepublik Klammer auf ich wette darauf dass so was in der DDR nie stattgefunden hätte weil der naturwissenschaftliche Unterricht in der DDR war sehr sehr gut und ich glaube nicht dass sie sich so was erlaubt hätten ja hier nochmal zu merken das ist das Bioskop wenn sie als Lehrer damit in Kontakt kommen dann sollten sie vielleicht wie beim Club der toten Dichter den Teil über Klimawandel herausreißen und bei Makel Biologie genau das gleiche also es ist unterirdisch now to something completely different wir sind immer noch beim Thema Klimawandel es geht um CO2 Messungen so jetzt gucken wir uns mal an wie sieht denn das aus mit dem CO2 in der Gegenwart oder in der fast Gegenwart Ernst Georg Beck war jemand der war auch Biologe und auch Lehrer genau wie ich ist leider schon verstorben und hat sich jahrelang mit dem Thema chemische CO2 Messungen zwischen 1820 und heute beschäftigt also 180 Jahre chemische CO2 Messungen und er hat sehr 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 akribisch diese Daten zusammengetragen von vielen vielen Arbeitsgruppen und anders als uns immer erzählt wird gab es vor 1900 sehr sehr viele Messwerte die zum Thema CO2 ermittelt wurden auch das habe ich in meinem Artikel zum Thema das nicht passende Klimapanikpuzzle erwähnt und auch ausführlich behandelt das ist die Arbeit von Ernst Georg Beck Ernst Georg Beck hat das veröffentlicht in dem Magazin Energy and Environment Ausgabe 18 Nummer 2 im Jahr 2007 das ist also ein Peer Reviewed Artikel ein Artikel der auf Fehler überprüft wurde von Fachkollegen und die haben dort keine größeren Fehler gefunden denn das Paper ist immer noch online und Ernst Georg Beck zeigt da was ja was so der Stand der des aktuellen Narrativs ist es gibt wie Sie vielleicht wissen gibt es eine CO2 Messkurve am Mauna Loa das ist ein Vulkanberg auf der Insel Hawaii nah am Äquator das ist diese Kurve hier hinten und es gibt wie gesagt Eisbockkerne und anders als beim Wostok Eisbockkerden hat man zum Beispiel beim Lordome der ist auch in der Antarktis gezogen worden hat man die Daten bis zum Eis führen also bis zur Eisoberfläche ermittelt und bekam dort dann so ein Hockyschläger raus also man sieht ganz deutlich dass am Ende die Daten nach oben gehen jetzt die Frage ohne dass dort der Datensatz gewechselt wurde kann es sein dass dieser Hockyschläger vielleicht nicht ganz in Ordnung ist also kann es sein dass dort irgendwelche chemischen Reaktionen im Eis dazu führen dass das CO2 in tieferen Lagen sich anders darstellt als es eigentlich gewesen ist zu dem Zeitpunkt in der Atmosphäre was wir hier auch sehr gut sehen können ist dass diese kleinen Punkte rundherum das sollen chemische Messungen sein und diese Punkte gehen zurück einerseits auf Kieling und andererseits auf den Herrn Kalendar die quasi nach chemischen Messungen gesucht haben und kontrolliert haben ob denn die Eisbockerndaten korrekt sind und Ergebnis war ja klar die sind hervorragend das passt hervorragend mit den chemischen Messungen zusammen also alles in Ordnung mitnichten wir gucken mal das sind die Daten die der Ernst-Georg Beck ermittelt hat das sind also ganz ganz viele einzelne Wissenschaftler oder Arbeitsgruppen die in den Jahren 1820 bis 1955 oder 60 Daten ermittelt haben das sind insgesamt über 90.000 Messwerte die wir vorliegen haben alles Messwerte die nicht wie am Mauna Loa ermittelt wurden sondern einfach mit chemischen Messungen und diese Messungen waren relativ genau also anfangs sagte man eine Ungedauigkeit von 10% das sind ungefähr die Messungen um 1820 rum dann relativ schnell 3% Abweichung mögliche Abweichung das ist so 1857 rum das kommt mit einem Herrn Pettenkoffer und dann später noch verbessert die Methode von Herrn Pettenkoffer dann waren das ungefähr 1% mögliche Abweichung also wir sind hier im einstelligen PPM-Bereich wo es Abweichung geben könnte das ist sehr sehr genau zumindest genau genug für Aussagen die wir jetzt daraus lesen können ja und dann hat der Herr Ernst-Georg Beck das Ganze mal zusammengefasst in einem in einem Grafen da können wir sehen also zwischen 1820 und heute sieht das noch ganz anders aus als es bisher dargestellt wird wir sehen hier um 1820 CO2-Konzentrationen von bis zu 450 PPM wohlgemerkt das ist ein 11-Jahres-Mittel es gab noch höhere Werte zwischendurch das sind schon gemittelte Werte auf 11 Jahre dann geht das langsam runter mit einem kleinen Zwischenhoch um 1857 sehen wir sogar dann geht das weiter runter ungefähr bis dann 300 PPM 290 PPM und steigt 1930 ungefähr wieder auf ein Zwischenhoch um 1945 nämlich ungefähr 415 PPM und dann geht es wieder runter auf 320 PPM und von da aus beginnt dann die Mauna-Loha-Kurve die dann auf die heutigen Werte von 415 PPM ungefähr steigt nach diesen Daten waren die CO2-Konzentrationen früher nicht anders als heute wir haben also keine kontinuierliche Steigerung sondern ein ständiges Auf und Ab und man kann auch im besten Willen nicht den menschlichen Einfluss dort erkennen also trotz massiver CO2-Emissionen sind zum Beispiel die Daten 1945 stark geklettert auf 115 PPM und sind danach ganz massiv wieder gefallen obwohl wir da gerade im Wirtschaftswunder waren komisch weltweit wurde aufgebaut es wurde ganz viel CO2 verbrannt also ganz seltsam naja die menschlichen Emissionen sind selbst nach bestgerechneten Werten nehmen die nur 4% ein der gesamten CO2-Emissionen die wir weltweit haben das sind zwar an Kohlenstoffanteil gerechnet ungefähr 6 Gigatonnen die wird jährlich in die Luft pusten wenn man das gesamte Molekül dann nimmt also CO2 und noch die beiden Sauerstoffatome mit einberechnet sind es ungefähr 20 Gigatonnen aber das ist immer noch viel viel weniger als das was sich bereits in dem gesamten Biotop befindet beziehungsweise in der gesamten Biosphäre befindet das wollte ich sagen und wir haben da zum Beispiel in den Weltmeeren ungefähr 38.000 Gigatonnen CO2 in den Weltmeeren gespeichert das sind 10er Potenzen mehr als wir hier als Menschen in die Umwelt blasen dann wie gesagt allein in der Luft befinden sich ungefähr 750 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von CO2 und wir sehen wir Menschen machen dort trotz unserer massiven Emissionen nur einen kleinen Anteil aus und man kann wie gesagt diesen kleinen Anteil hier aus den Daten nicht erkennen diese 4% die wir jährlich in die Luft pusten sind nicht als Konzentrationssteigerung erkennbar das macht auch Sinn ich hatte Ihnen vorhin erzählt dass Pflanzen dringend mehr CO2 brauchen um besser zu wachsen es gibt im Wesentlichen zwei Typen von Pflanzen man nennt es eine C3-Pflanzen das ist die Mehrheit der Pflanzen die auf der Welt existieren dann gibt es noch C4-Pflanzen zum Beispiel Mais Mais hat jetzt gerade einen sehr großen Vorteil gerade in unseren Breitengraden wenn man ihm optimale Bedingungen anbietet dann kann er mit den geringen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sehr schnell wachsen deswegen nutzen ja die Bauern gerade den Mais massiv als Energiepflanze um das ganze dann zum Beispiel in Wärmekraftwerken oder in solchen Kraftwerken in solchen Kleinkraftwerken zu verbrennen beziehungsweise zu vergasen nichtsdestotrotz ist bei Mais bei ungefähr 400 ppm auch Schluss also da kann der Mais nicht mehr assimilieren C3-Pflanzen können noch mehr CO2 assimilieren das heißt wenn ich jetzt das CO2 verdoppeln sollte auf 800 ppm wenn ich das irgendwie schaffen könnte zum Beispiel in Treibhäusern dann wachsen die Pflanzen auch doppelt so schnell das heißt jedes Gramm mehr CO2 in der Luft ist für die Dünger das heißt die Pflanzen nehmen das sofort auf und das ist für mich als Biologe ganz logisch dass hier auch die Konzentration von CO2 nicht nennenswert durch den Menschen steigt weil jedes Gramm CO2 sofort von den Pflanzen aufgenommen wird und das kann man auch sehen die Erde ergrünt man muss natürlich sich mal vergegenwärtigen es gibt zum Beispiel extreme Klimaten zum Beispiel in den Wüstenrandgebieten Pflanzen haben ein ganz großes Problem sie haben an der Blattunterseite haben sie kleine Spaltöffnungen das sind die sogenannten Stomata durch diese Spaltöffnung sind im Wesentlichen zwei Prozesse das eine ist dass die Pflanzen Wasser aufnehmen und sie müssen das Wasser durch die Spaltöffnung verdampfen damit sie überhaupt Photosynthese betreiben können und halt auch Wasser nachzieht durch die Wurzeln das andere ist dass durch dieselben Spaltöffnung muss CO2 aus der Luft in die Pflanze rein wenn sich jetzt so eine Pflanze in so einer heißen Umgebung befindet dann verdunstet sie viel zu schnell Wasser das heißt die Pflanze verliert zu schnell Wasser die trocknet aus also muss sie die Spaltöffnung schließen wenn sie aber die Spaltöffnung schließt bekommt sie weniger CO2 wenn ich jetzt aber mehr CO2 in der Luft habe kann die Pflanze trotz fast geschlossener Spaltöffnung immer noch genügend CO2 aufnehmen um zu wachsen und das sehen wir gerade die Sahelzone also die Wüsten Randgebiete die ergrünen gerade ganz ganz stark und das liegt an dem erhöhten CO2 Eintrag den wir in der Umwelt haben das heißt das gibt den Pflanzen die Möglichkeit auch noch in solchen extremen Klimaten besser zu wachsen im Übrigen ist es so dass Pflanzen bei relativ wenig CO2 absterben die Grenze liegt da ungefähr bei 110 ppm das heißt es gab mal irgendeine Politikerin die hat das mal rausposaunt und ich habe ihr Hände über den Kopf zusammengeschlagen als ich das gehört habe sie wollte die vorindustriellen CO2-Werte gemeint waren 280 ppm wollte sie nochmal um die Hälfte reduzieren um die Hälfte reduzieren heißt 140 ppm wenn ich 140 ppm in der Umwelt habe und die Pflanzen diese C3-Pflanzen nicht bei idealen Bedingungen wachsen also das muss genau die richtige Temperatur haben am besten 20 Grad nicht zu heiß nicht zu kalt genau das richtige Wasser nicht zu viel nicht zu wenig Wasser dann können die Pflanzen gerade noch so wachsen bei 140 ppm wenn es etwas zu heiß ist etwas zu kalt ist sterben die Pflanzen ab also sollten solche Politiker Erfolg haben die sagen man müsste das CO2 auf die Hälfte reduzieren werden wir hier alle aussterben dann haben wir einen Massen sterben und dann geht es uns richtig dreckig weil alle Pflanzen aussterben und mit den Pflanzen die Nahrungsgrundlage für uns und damit ist alles vorbei CO2 vor 1900 auch das habe ich in einem Artikel verarbeitet das ist der Artikel Kohlenstoffdioxidkonzentration vor 1900 und heute und das schließt an direkt an das was Ernst Georg Beck gesagt hat jetzt könnte man sagen naja gut der Ernst Georg Beck und die ganzen Leute die da die chemischen Messungen gemacht haben das ist ja das ist ja alles so Orchideenwissenschaft das da kümmert man sich heute gar nicht mehr drum und das ist auch gar nicht so richtig wichtig das ist das Mayers Konversationslexikon aus dem Jahr 1885 das ist ziemlich genau die Zeit wo es darum ging dass man gesagt hat es sind 280 ppm in der Luft und das Mayers Konversationslexikon gibt für diese Zeit eine Konzentration an als Mittelwert in Volumenprozent von 0,04 hm das stimmt ja ziemlich genau mit dem überein was der Ernst Georg Beck gemacht hat wie kommt das Mayers Konversationslexikon auf eine Konzentration von 0,04 Volumenprozent was umgerechnet 400 ppm sind wo doch heute behauptet wird dass zum selben Zeitpunkt nur 280 ppm in der Luft gewesen sein sollen meine Schlussfolgerung irgendwas stimmt da nicht ist jetzt das Konversationslexikon falsch oder ich habe dann in dem Artikel mir sämtliche Konversationslexikon Varianten angeguckt also sämtliche Ausgaben von der 0. Auflage die übrigens die größte Auflage ist mit 49 Bänden glaube ich insgesamt bis hin zur 5. und 6. Auflage und man kann dann sehen dass alle Bände die sich auf das 19. Jahrhundert beziehen also bis zur 4. Auflage sprechen von 0,04 Volumenprozent erst in der 5. und 6. Auflage spricht man von 0,03 Volumenprozent was dann ziemlich nah bis zu 180 ppm dran ist das kann man aber auch erklären wenn man sich zum Beispiel diese Kurve anguckt hier ist ungefähr das Veröffentlichungsdatum und das was die als Daten bekommen haben wird sicherlich aus der Vergangenheit sein also aus der Zeit wo noch relativ viel CO2 in der Umwelt war und bis sich das dann mal in dem Lexikon niederschlägt dauert das eine Weile und dann irgendwann 1900 sind wir hier in diesem Bereich angekommen dann haben die wahrgenommen okay das ist wahrscheinlich jetzt etwas niedriger also haben sie es nachgebessert insofern korrelieren die Daten aus den Lexika genau mit den Daten die Ernst Georg Beck gebracht hat also ist eine Verifikation dessen was Ernst Georg Beck hier als Grafik präsentiert jetzt habe ich mich nicht nur mit dem Meyers Konversationslexikon beschäftigt wer kennt schon Meyers Konversationslexikon naja es ist der Vorläufer vom Brockhaus der Brockhaus hat das Konversationslexikon aufgekauft und der Brockhaus ist ja nun wirklich bekannt man könnte sich aber auch zum Beispiel mit einem anderen Lexikon beschäftigen aber bevor wir das machen sehe ich gerade habe ich noch eine Folie was ich Ihnen zeigen wollte das ist nicht nur irgendwie Name-Dropping dass man irgendwie ganz kurz mal sagt naja die CO2-Konzentrationen waren um 0,04% sondern die haben sehr detailliert besprochen wann und wo ich welche CO2-Konzentrationen finde zum Beispiel am Meer niedrige Konzentrationen weil auch damals schon bekannt war dass das Wasser CO2 löst und deswegen aus der Atmosphäre das CO2 entzieht dann hat man gesehen in Rostock also an Küstenstädten hat man niedrige Konzentrationen gemessen bei Städten die sich im Inland befinden zum Beispiel in Göttingen hat man höhere Konzentrationen gemessen man hat in der Oase Dachel in der Wüste 0,047 bis 0,049 Volumenprozent was ungefähr 490 ppm sind gemessen dann hat man festgestellt auf dem Berg sind die CO2-Werte höher als im Tal darauf würde man erstmal nicht kommen weil man denkt CO2 ist doch eigentlich schwerer als Luft also müsste doch auf dem Berg die CO2-Konzentration niedriger sein aber man hat gleichzeitig gefunden dass auf dem Berg weniger Sauerstoff ist also vielleicht hängt das damit zusammen dass es da irgendwelche Oxidationsprozesse von organischen Stoffen gibt die dann dazu führen dass Sauerstoff verbraucht wird und mehr CO2 produziert wird und je weiter man in dem Konversationslexikon zurückgeht desto mehr wurde auch besprochen man kann dann zum Beispiel in der ersten Auflage sehen dass detailliert die Analyse-Methode besprochen wurde es ist also mitnichten so dass sie so ein Lexikon haben wo nur ganz kurz ein Stichwort da steht 0,04 Volumenprozent sondern sie haben viel viel Stoff und sie können aus dem gesamten Text entnehmen dass man sich damals sehr intensiv mit dem Thema CO2 beschäftigt hat ein Hinweis darauf dass die Daten hier stimmig sind jetzt kommen wir zur Enzyklopädie Britannica und auch dort sind als mittlere Ergebnisse hier steht Mean Results also als Mittelwertergebnisse sind hier 0,04 Volumenprozent angegeben für Carbonic Acid also für für Kohlensäure was dann damals der Begriff für Kohlenstoffdioxid war also selbst das Flaggschrift aller Enzyklopädien ist sich einig damit dass gesagt wird es waren damals 0,04 Volumenprozent gleich 400 ppm das sind keine 280 ppm wie immer behauptet wird schauen wir mal weiter jetzt haben wir ja gesehen dass die Eisborkerne das gleiche sagen die Eisborkerne sagen damals waren es 280 ppm heute sind es mehr können wir uns denn auf die Messung in den Eisborkern verlassen und dazu gibt es eine ganze Menge Arbeiten die dann nämlich das Gegenteil sagen und zwar geht man da tatsächlich von diesen von diesen kleinen Stomata also von diesen Spaltöffnungen an den Blättern aus die man in Fossilien gefunden hat und die korrelieren anscheinend mit der CO2-Konzentration und daraus hat man dann ermittelt dass anhand der Blattspaltöffnung anhand der Häufigkeit des Auftretens von Blattspaltöffnung kann man sehen dass die CO2-Konzentrationen eigentlich höher sein mussten als sie in den Eisborkern anscheinend gewesen sind also beziehungsweise als die Eisborkerne aussagen nur mal so als als Beispiel hier reingeworfen das ist eine Arbeit dann noch eine Arbeit hier geht es um den Zippeldom den haben wir gleich den zeige ich Ihnen gleich nochmal dann noch eine Arbeit und dann kommen wir mal zu dem Lordom das ist nämlich der Eisborkern der in der Antarktis entnommen wurde und auf dem die vorangegangenen Sachen basieren an die sich dann die Kurve von Mauna Loa anschließt und dann sehen wir ja doch relativ gleichbleibende Konzentrationen um 280 ppm an CO2-Konzentrationen in der Luft Volumenanteil und hier hinten schnellt das Ganze nach oben naja das ist doch eine ziemlich stimmige Kurve oder nicht das Problem ist dass diese Kurve gar nicht so stimmig ist wenn man nämlich die einzelnen Komponenten dieser Kurve auseinander nimmt ergibt sich folgendes Bild ups jetzt muss ich Ihnen erklären worum es hier geht diese gelben Punkte diese lila Punkte das blaue das muss ich mal schauen und also das was Sie als DE08 DE082 DSS hier gezeichnet haben oben das sind alles Komponenten vom Lordo und die sind mitnichten alle irgendwie gleich die laufen ja nebeneinander woran liegt das ich hatte vorhin gesagt dass das CO2 oder überhaupt die Luft mit den eingeschlossenen Eisbläschen noch in Kontakt steht und zwar zwischen 80 und 150 Meter das heißt also Sie haben da einen Eisbockkern und die ersten 150 Meter sind noch durch Außenluft sozusagen verseucht weil die Luft da rein diffundieren kann die bewegt sich durch das Eis durch bis in die Eisbläschen und erst ab dem Zeitpunkt wo sie 150 Meter ungefähr sind wird durch den Druck im Eis werden die Blasen erst fest verschlossen insofern ändert sich dann auch die Konzentration der Luft in diesen Eisbläschen man hatte das Problem dass man sagt okay wenn ich jetzt einen langsam wachsenden Eisbockkern habe wie zum Beispiel diesen Orangenen hier das ist dieser EDML Eisbockkern das ist das gleiche wie von der also von dem EPICA-Projekt auch aus der Antarktis der wächst sehr sehr langsam dann habe ich da Luft drin die eigentlich 835 Jahre im Schnitt jünger ist als das was ich als Eisalter festgestellt habe das heißt ich habe da Eis das ist 835 Jahre alt aber in diesem Eis befindet sich Luft die nicht 835 Jahre alt ist sondern viel jünger so wie hat man jetzt das Alter der Luft festgestellt ganz einfach man hat gesagt naja alle Eisbockkerne haben doch hier so einen Hockeyschläger und wir machen das jetzt so dass wir alle Hockeyschläger übereinstimmend bringen das heißt wir verschieben die alle so hin dass die alle am Ende zu einer einzigen Kurve werden dann sieht die Kurve so aus das geht nur unter der Prämisse dass ich sage naja die Konzentrationen ändern sich nicht im Eis wenn ich aber hier aus dieser Grafik was ich auch könnte herauslese dass je älter das Eis ist immer niedrigere CO2-Konzentrationen gemessen werden also hier Top of Ice das ist also die Eisoberfläche dann sehe ich dass immer niedrigere Konzentrationen gemessen werden im Eis könnte es daran liegen dass ältere Lufteinschlüsse im Eis auch weniger CO2 enthalten weil da irgendwelche chemischen Prozesse stattfinden das ist ein erster Hinweis darauf müsste man nachgehen gut jetzt gibt es eine Veröffentlichung von Michael Limburg und dem ist etwas sehr interessantes aufgefallen er sagt Moment mal der Lordom der gerne als Referenz genommen wird für die Mauna Loa Kurve also für die Messkurve von dem Berg Mauna Loa die ja von dem Herrn Kieling initiiert wurde da sehe ich doch einen Bereich der sehr sehr auffällig ist es gibt hier 20 Jahre wo die Kurven fast übereinstimmen also bis auf 0,7 ppm das ist komisch also Michael Limburg ist Diplomingenieur und Messtechniker und er sagt als Messtechniker das ist ein bisschen komisch die ganze Geschichte wie kann das sein vor allen Dingen der Mauna Loa liegt ungefähr in der Äquatorgegend also sehr warmes Wasser rundherum und der Lordom ist in der Antarktis gezogen worden also unsere Außenministerin würde jetzt sagen die beiden Punkte liegen doch hunderttausende Kilometer voneinander entfernt ich würde hier eher auf ungefähr 10.000 Kilometer tippen also vom Äquator ungefähr bis zum Pol und wir sehen dann da komplett identische Messergebnisse Michael Limburg kommt zu folgendem Schluss die extrem enge Übereinstimmung erscheint mir angesichts des erforderlichen Aufwandes doch als viel zu eng und ist eigentlich nach meiner Auffassung als studierter Messtechniker unmöglich für mich auch sehr wichtig das hier sieht danach aus dass wir Daten haben die aufeinander angepasst wurden wenn ich aber sozusagen Datensätze aufeinander anpasse kann ich dann im Nachhinein nicht behaupten auch gucke mal die Daten passen doch so gut zusammen ja klar die passen so gut zusammen weil ihr sie vorher so zusammengeschoben habt und zwar genau nach der gleichen Methode die wir hier sehen und außerdem könnte man daraus schließen dass die Daten am Mauna Loa eventuell so ermittelt werden dass sie gut auf die Daten passen die aus dem Lordom entnommen wurden oder aus anderen Eisbock Kernen jetzt ist die Frage sind die Daten an den Eisbock Kernen richtig wenn die nicht richtig sind sind auch die Daten Ermittlungen am Mauna Loa falsch okay es gibt jemand der hat dazu schon relativ früh eine sehr interessante Veröffentlichung gemacht das ist der Herr Spinev Jaworowski die Veröffentlichung hieß Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story und also zeigen uns Gletscher eine wahre atmosphärische CO2 story und er kommt dann natürlich zum Ergebnis dass sie das nicht tun und er nennt mehrere Punkte ja ich habe dann mal zusammengefasst was der Herr Spinev Jaworowski herausgefunden hat das hier ist die Liste also Gründe für den CO2 Hockeyschläger sehen wir hier und er sagt die Hohlräume im Eis stehen noch bis etwa 80 bis 150 Meter unter der Eisoberfläche im Kontakt mit der Atmosphäre je älter das eingeschlossene Gas im Eis desto niedriger ist die zu messende drücken in kristalliner Struktur oder Hydraten vor bei Entnahme der Eisbohrkerne expandieren die Gase explosionsartig was zu horizontalen makroskopischen Rissen im Eisbohrkern führt dies verfälscht diesen CO2 Wert also wir haben so ganz kleine Bömpchen im Eis die halt die ursprünglichen Bläschen wieder expandieren und die sprengen damit das Eis auf im Eis liegt flüssiges Wasser auch bei sehr niedrigen Temperaturen weit unter 0 Grad Celsius vor darin wird vor allem CO2 gelöst wenn ich also Wasser habe in flüssiger Form was im Eisbohrkern noch vorliegt dann verfälscht mir dieses Wasser die CO2 Werte aus den Bläschen weil ja dann dort das CO2 sich in das flüssige Eis oder in das flüssige Wasser verabschieden kann insgesamt nennt ihr also 20 verschiedene chemische Prozesse die Gaskonzentration im Eis beeinflussen jetzt kommen wir mal zu so einem Eisbohrkern und zwar hat man hier schon die äußeren Schichten des Eisbohrkerns abgetrennt ich sagte ja die Dinger sind auch nicht genormt also manchmal sind sie 20 mal 15 Zentimeter im Durchmesser hier hat man die äußeren Schichten abgetrennt sodass noch 4 Zentimeter übrig bleiben und hier sehen sie in dem Kern dieses Eisbohrkerns so schwarze Linien schlechte Kopie aber diese schwarzen Linien sind horizontale Risse im Eisbohrkern und da sieht man dass da Gasausdau stattfinden kann das verfälscht den CO2-Wert ja was sagt der Herr Jaworowski noch do glaciers tell a true atmospheric CO2-Story das ist immer noch das Paper über das wir reden und hier steht bis 1985 deuteten die meisten Eisbohrkern Untersuchungen zu CO2 in Gaseinschlüssen aus der vorindustriellen Zeit darauf hin dass die CO2-Konzentrationen bis zu 2450 ppm höher waren als das aktuelle atmosphärische Niveau nach 1985 wurden niedrige vorindustrielle CO2-Werte gemeldet und als Beweis für eine kürzlich vom Menschen verursachte CO2-Anstieg genutzt das heißt das ist keine triviale Aussage die haben also in den Eisbohrkern alles mögliche gemessen bis zu Werten von 2450 ppm und wir reden jetzt hier von einem Zeitraum für vielleicht 1000 Jahre oder 2000 Jahre in der Vergangenheit und dann kam zum Beispiel ein Keeling oder ein Kalendar die haben ja gesagt nö also das vorindustrielle Zeitalter da hatten wir weniger Konzentrationen im Eis also haben sie alle Werte verworfen die höher waren als und Referenz für die chemischen Messungen denn was hat denn der Kalendar gemacht das ist nämlich der jenige der sozusagen damit angefangen hat mit dieser Auswahl von Messwerten er hat sich dann bei den chemischen Messungen nur die Messwerte rausgesucht die auch ungefähr auf die Eisbohrkernkurven passten jetzt müssen wir wissen Spingef Jaworowski ist nicht irgendjemand sondern der hat sich Zeit seines Lebens mit dem ermitteln von CO2 Konzentration und mit dem ermitteln von Temperaturdaten aus Eisbohrkernen beschäftigt also der Junge ist vom Fach und wenn der ist gefuscht worden bei der Entnahme der Eisbohrkerne dann würde ich das nicht so einfach wegwischen weitere Zitate von ihm vor mehr als 50 Jahren belebte Kalendar 1938 die von Arrhenius 1896 vier Jahrzehnte zuvor aufgestellte Hypothese wieder menschliche Aktivitäten führten zu einer Treibhauserwärmung zur Unterstützung dieser Hypothese verwendete Kalendar 1938 1940 und 1958 seine Schätzung eines Anstiegs des atmosphärischen CO2 aus dem 19. Jahrhundert von 292 ppm auf etwa 325 ppm im Jahr 1956 wohlgemerkt es ist eine Schätzung das hat überhaupt nichts mit gemessenen Werten zu tun er behauptete dass dieser Anstieg und ein Anstieg der globalen Oberflächentemperaturen um 0,33 Grad Celsius zwischen 1880 und 1935 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht würden jetzt kommt die Gegenposition ein Satz von Daten aus dem 19. Jahrhundert die von von Selius et al 1956 zusammengestellt wurden zeigten hingegen dass die CO2 Konzentration zwischen etwa 250 und 550 ppm lagen das ist ein Teil dessen was wir auch schon bei Ernst Georg Beck lesen konnten das heißt also hier wurde offensichtlich eine selektive Analyse der Daten aus dem 19. Jahrhundert gemacht und wie die aussieht sehen wir jetzt was hat Kalendar und was haben Kielingen dann da gemacht also das heißt welche Werte lagen vor und welche Werte haben sie sich ausgesucht erstmal haben sie mitnichten sämtliche Werte gehabt die damals vorlagen da hat also Ernst Georg Beck eine richtige Fleißarbeit gemacht und hat viel viel mehr Werte gehabt aber das sind etwa die Werte die den Kalendar und dem Kieling vorlagen und Kalendar hat sich dann die absolut niedrigsten Werte rausgesucht die die hier unten eingerahmt sind das sind die Werte die er als Referenz genommen hat und hat die dann mit dem Eisburg verglichen hat gesagt hurra passt doch jetzt wissen wir aber dass die kann man uns an die Backe schmieren das heißt diese Werte ist ein klassischer Fall von Rosinen picken ich picke mir die Sachen raus von denen ich denke dass sie passend sind das ist aber kein vernünftiges wissenschaftliches Vorgehen könnte es also sein dass wirklich das was in den Lexika steht zum Beispiel im Flaggschiff aller Lexika nämlich der Enzyklopädie Britannica dass wir damals gar nicht 280 ppm oder 290 ppm hatten sondern vielleicht wirklich 400 ppm in der Luft was machen denn da Eisschwund am Südpol now to something completely different wir sind wieder bei den Medien und was uns die Medien erzählen was dann so am Südpol stattfindet der Südpol ist ja auch weit weg keiner weiß genaues wir müssen uns auf das verlassen was wir durch die Krise am Südpol Antarktis vor der großen Schmelze und das ganze erfahren wir im Jahr 2021 die Eismassen am Südpol schrumpfen in dramatischem Ausmaß dabei ließe sich das Zusteuern auf einen Kipppunkt verhindern wenn die Menschen entgegen steuert wenn die Menschheit entgegen steuert ja schauen wir uns mal die Antarktis an das ist die Antarktis hier übrigens von Anschluss Südamerika hier in der Gegend irgendwo befinden wir uns da ist dann Australien und die Antarktis ist eben keine kleine Insel sondern es ist ein ganzer Kontinent das heißt es ist ein riesen Areal und ich suche mir jetzt kleine Ereignisse raus und verallgemeinere das und auf das große Areal das ist in etwa das was in den Medien gemacht wird es wird also behauptet das Eis schmilzt hier Antarktis vor der großen Schmelze also das Eis verschwindet komplett von der Antarktis wir werden bald eine Meeresspiegelerhöhung von mehreren hundert Metern haben weil die Antarktis geschmolzen ist ja was sagen denn die Japaner dazu denn die haben das doch ziemlich genau beobachtet das ist eine japanische meteorologische Agentur und die beobachtet über Jahre hinweg schon sehr genau was dort in der Antarktis stattfind und wir sehen eigentlich keinen negativen Trend ganz im Gegenteil wir sehen positive Trends wir haben hier in blau das Maximum der Ausdehnung des Eises vor allem auch des Packeises und wir sehen das ist ein ziemlich klar positiver Trend das grüne sind die mittleren Daten da sehen wir einen leicht positiven Trend und auch bei den Minima die orangene Kurve ganz unten sehen wir das ist eigentlich unverändert es gibt zwar mal ein irgendwie ist das alles ziemlich gleich bleiben das heißt von einem Eisschwund kann nicht die Rede sein aber dennoch sehen wir das hier Bruch im Eisberg ein riesen Eisberg doppelt so groß wie das Saarland hat sich vom Larsen C Schelf Eis am Südpol gelöst doch der Koloss schrumpft mehrere Teile sind bereits abgebrochen zeigen Bilder der NASA um Gottes Willen wir werden alle sterben diese Eisberge werden alle abschmelzen und wir werden hier ertrinken wie sagte ein Kabarettist er findet den Klimawandel doch gar nicht so schlimm weil dann muss er nicht erst noch durch Holland fahren um an die Nordsee zu kommen ich glaube dass er nicht recht behalten wird weil die Hollander wissen ziemlich genau wie man Deiche baut und ich glaube dass sie einfach einen Deich bauen werden und wenn der Deich doppelt so hoch sein muss dann machen die den Deich doppelt so hoch sollte das passieren aber wir sehen auch dass das hier wir werden die ganzen Sachen mal auf den Grund gehen stimmt das was uns hier mitgeteilt wird das Larsen C Shelfeis ist eine Stelle auf der antarktischen Halbinsel die ich Ihnen gerade gezeigt habe also hier oben ist irgendwo wo tatsächlich wärmere Temperaturen in der Antarktis herrschen und Sie können im arktischen Sommer also dann wenn bei uns Weihnachten ist können Sie im arktischen Sommer da sehen dass da immer mal wieder Eisberge abbrechen und zwar auch ganz große Eisberge das ist ganz normal es ist ja Sommer in der Antarktis wenn auf der Nordhalb Kugel Winter ist und dann brechen da immer mal wieder seit Weihnachten saßen 52 Menschen Wissenschaftler Touristen und die Besatzung auf dem Forschungsschiff Akademik Schokalski im Eis der Antarktis fest mehrere Eisbrecher hatten es nicht geschafft zu dem Schiff durchzudringen jetzt kommt Hilfe aus der Luft das müssen Sie wissen Akademik Schokalski ist einer der größten Eisbrecher überhaupt und der befindet sich jetzt zu Weihnachten also im antarktischen Sommer da in der Antarktis und der ist im dick wie nie zuvor das hätten die damals nicht gedacht und es kommen auch keine anderen Eisbrecher zu Akademik Schokalski weil das Eis zu dick ist das ist eine gegenteilige Meldung von dem dass hier irgendwo das Eis ständig abbrechen würde jetzt ist die Frage wo befindet sich die Akademik Schokalski naja sie befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite da ist sie in der Commonwealth Bucht und hier oben ist die antarktische Halbinsel und daran sehen sie dass in der gesamten Antarktis natürlich ganz andere Klimate herrschen je nachdem an welchem Punkt sie sich befinden wir können aber tatsächlich festhalten dass bis auf wenige Punkte hier und insgesamt die antarktische Halbinsel wird es überall in der Antarktis sogar kälter und wir haben eine Eis Zunahme es kommt noch dazu dass es gibt so eine Klimaschaukel auf der Erde so nennt sich das das heißt ist es am Südpol kälter wird es danach auch am Nordpol kälter dann erwärmt sich der Südpol ein bisschen wird es wieder kälter das heißt wir werden auch erleben dass wenn es in der Antarktis kälter wird dass es auch demnächst hier bei uns im Norden kälter wird so war es zumindest bisher und das wäre meine vorsichtige Vorhersage für die nächsten Jahre ich habe dazu ja auch eine Wette laufen und es könnte sein dass ich dann noch ein kühles Alster gewinne ich sage nämlich dass es bis 2035 kälter wird tja aber vielleicht verliere ich die Wette dann doch weil es gar nicht klar ist auf welche Daten beziehen wir uns eigentlich auf welche Messwerte beziehen wir uns hier geht es um nachträglich veränderte Messwerte in den NASA GIS Daten was ist denn da los ich bin selber drauf gestoßen über den Herrn hier das ist der professor friedrich karl ewert und er sagt die NASA GIS temperaturdaten wurden nachträglich geändert warum ein vortrag beim eicke institut und das fand ich sehr sehr interessant weil genau wie er auch selber sagt als naturwissenschaftler wissen sie alte daten die sie mal ermittelt haben sind sakrosankt da gehen sie nicht dran sie nehmen nicht hand an diese daten und verändern diese daten das ist verboten geht gar nicht das ist also eine todsünde als naturwissenschaftler alte daten zu verändern hm der professor karl ewert hat 2010 mit kollegen eine veröffentlichung gemacht und sie hatten ein programm was sich automatisch daten von der NASA homepage herunter zieht also temperaturdaten das müssen sie wissen diese NASA GIS temperaturdaten das sind also quasi die gesammelten daten sämtlicher wetterstationen auf der erde und die werden zu einer gesamt temperatur aufgerechnet zu einer gesamt durchschnittstemperatur da kann man sich jetzt darüber streiten ob das eine sinnvolle maßnahme ist es ist in etwa so sinnvoll wie die durchschnittliche telefonnummer auf der welt aber immerhin okay also gut also wir haben also eine gesamt durchschnittstemperatur sicher rechnet aus tausenden von einzelstationen und es ist die Frage was passiert denn wenn ich da Hand anlege und das hat der Herr Ewert auch gesehen oben sehen sie die kurve von 2010 das sind die daten mit denen die gearbeitet haben und dann haben die 2012 noch mal auf die daten drauf geguckt und dachten so was ist nun los die daten ändern sich da unten ich weise sie mal auf diese sprünge hier hin hier gibt es auf einmal temperatursprünge und da gibt es datenlücken man sprach dann damals von homogenisierung der daten die daten müssten homogenisiert werden jetzt frage ich mich natürlich wie können eine homogenisierung von daten mit datenlücken begründet werden oder warum entstehen datenlücken nach einer homogenisierung seltsame sache naja also das ist die wetterstation von rejkjavik die hatte vorher einen gleichbleibenden trend das heißt die temperaturen haben sich weder erwärmt noch abgekühlt 0,0001 grad celsius plus pro jahr das ist vernachlässigbar aber nach der bearbeitung gab es einen ziemlich deutlichen aufwärtstrend nämlich von 0,0043 grad celsius pro jahr hmm darwin das ist ein ganz interessantes beispiel die station in darwin zeigte von 1880 bis 2010 in etwa einen deutlichen abwärtstrend was die temperaturen anbelangte so war es zumindest noch wenn sie 2010 auf die daten drauf geguckt haben haben sie 2012 auf die daten drauf geguckt fehlten plötzlich daten und zwar alle daten ab 1960 vorher was ist das für eine homogenisierung wenn daten gelöscht werden das hat das gleich wie das wir vorhin gesehen haben die kleinen könnte man sagen ja ich lasse daten weg um ein bestimmtes ziel zu erreichen so und nach dem daten weglassen haben wir einen aufwärtstrend bei darwin wenn sie also 2012 auf die daten drauf gucken steigen die temperaturen in darwin palma de mallorca gleiche geschichte sie hatten vorher einen abwärtstrend wenn sie 2010 noch auf den datensatz drauf geguckt haben und wenn sie 2012 auf den gleichen datensatz drauf gucken dann haben sie auf einmal einen aufwärtstrend auch hier wieder ganz typisch diese lücken die dazwischendurch entstehen hier auch da lücken überall lücken professor karl ewert hat das zusammen gefasst er sagte insgesamt hat er ja bei mehreren hundert stationen hat er das händisch ermittelt wie dort die daten verändert wurden und er meinte man kann erkennen dass vor 1960 die mehrzahl der veränderten daten so gemacht wurden dass man die temperaturen kälter machte als sie in wirklichkeit laut messdaten waren und nach 1960 hat man die temperaturdaten wärmer gemacht als sie in Wirklichkeit laut Thermometer waren das heißt das hier ist eine Manipulation im ursprünglichen Wortsinn man hat die Daten verändert die Frage ist warum was soll das ich habe den leisen Verdacht nach all dem was wir vorher schon gesehen haben dass das in die gleiche Richtung geht wie das was wir auch schon bei den anderen Beispielen hatten es soll zu einer Dramatisierung der Temperaturdaten führen also es kann gut sein dass ich meine Wette verliere wenn wir uns auf diese NASA GIS Daten beziehen es gibt noch andere Daten zum Beispiel Satellitendaten und die zeigen zum Beispiel einen Abwärtstrend für die letzten zehn Jahre während die NASA GIS Daten für die letzten zehn Jahre einen Aufwärtstrend zeigen irgendwie passt das nicht zusammen komisch ja kommen wir zum allerletzten Thema und das ist auch das allerletzte die 97 Prozent Zustimmung der Wissenschaftler die es niemals gegeben hat das lesen sie und hören sie die ganze Zeit in Fernsehreportagen oder wenn Politiker sprechen dann wird immer auf die 97 Prozent Zustimmung von Wissenschaftlern referenziert macht es Sinn das so zu argumentieren nein macht es nicht es ist in der Wissenschaft vollkommen Wumpe wie viele Wissenschaftler sich einig sind dass irgendetwas so ist wie sie denken dass es ist zum Beispiel ein Alfred Wegener bekannt für die Entdeckung der Plattentektonik also für das Wandern der Kontinente auf den Kontinentalplatten ist angegriffen worden zu seiner Zeit und zwar von der überwiegenden Mehrzahl der Wissenschaftler die haben den als Idioten dargestellt und wenn sie sich mal so die die veröffentlichen aus jener Zeit angucken dann ist das nicht anders als das was heute in Wikipedia und Youtube und sonst wo stattfindet er wurde als Schwurbler als Fuscher was auch immer tituliert und von Plattentektonik Fieber befallener und was auch immer steht sogar in der Wikipedia drin was man alles an einen Kopf geschmissen hat an Sachen heute ist das State of the Art das heißt also die Kritiker müssen erst wegsterben bevor eine These überhaupt die Möglichkeit hat sich in der Wissenschaft zu etablieren also darauf abzuheben dass so und so viele Prozent von Wissenschaftler irgendetwas denken ist schon mal von sich aus totaler Blödsinn nun gut aber wir lesen es überall bei klimafakten.de zum Beispiel Fakt ist weit mehr als 90 Prozent der Klimaforscher sind überzeugt dass der Mensch den gegenwärtigen Klimawandel verursacht na ist ja schön und die beziehen sich in der Argumentation und auch in dem folgenden Text auf folgende Veröffentlichung quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature das ist eine Arbeit von John Cook und anderen und wenn wir uns da mal gleich den Abstract angucken dann sehen wir auch was sie gemacht haben die haben sich nämlich viele viele Abstracts angeguckt und zwar insgesamt 11.944 Abstracts also Kurzzusammenfassung am Anfang von wissenschaftlichen Arbeiten und die haben geprüft gibt es da irgendeine Aussage die 1944 Abstracts haben sie zusammengetragen weil da irgendwas stand zum Thema Anthropogenic Global Warming also anthropogener globale Erwärmung oder überhaupt zum Thema Klimawandel also irgendwie mussten da Stichworte erfüllt sein damit sie überhaupt diese 11.000 Arbeiten da zusammengetragen haben und aus dieser Menge an Arbeiten haben sie überprüft machen jetzt die Forscher eine eindeutige Aussage zum Thema Klimawandel also ob dieser Klimawandel Mensch gemacht ist oder nicht oder machen sie das nicht so dann haben sie rausgefunden dass sich ungefähr 66% überhaupt nicht geäußert haben das heißt die sagen zwar ja da gibt es irgendwie sowas wie Klimawandel aber sie haben sich nicht zum menschgemachten Klimawandel weder positiv noch negativ geäußert insgesamt 32,6% stimmen der These zu dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt und dann gibt es noch 0,7% die lehnen das ab und 0,3% sind sich uneinig und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz Among abstracts expressing a position on anthropogenic global warming 97,1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming Darifür gibt es jetzt mehrere mögliche Übersetzungen Eine Übersetzung könnte lauten 97,1% stimmen der Konsensposition zu dass der Mensch die globale Erwärmung verursacht Das wäre das was sie zum Beispiel bei Übersetzungsmaschinen bekommen wenn sie das übersetzen Das kann aber nicht das gewesen sein was hier gemeint war denn sie sehen ja schon es gab auch 66,4% aller abstracts die das überhaupt nicht sich dazu geäußert haben und wir sehen gleich aus den rohdaten das kann so nicht gemeint gewesen sein oder oder heißt heißt es 97,1% stimmten der Konsensposition zu dass der Mensch irgendwie wenig bis viel globale Erwärmung verursacht ich kann Ihnen schon jetzt sagen mit dieser Formulierung ist dieses Paper durchgegangen das heißt diejenigen die 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 durchgelesen haben waren sich einig darin dass das die Formulierung gewesen sein muss damit dieses Paper überhaupt im Peer Review Prozess überlebt weil wenn Sie sich die Rohdaten angucken ist genau das was sie zusammengetragen haben was haben sie denn gefragt diese Rohdaten finden sie übrigens im gesamten Paper nicht in der Veröffentlichung steht das nicht drin obwohl man wie sie sehen sehr knapp in sieben Zeilen zusammenfassen kann also sie haben gefragt nach Leuten die sich die explizit den anthropogenen globalen Erwärmungseffekt befürworten und den als über 50% quantifizieren das heißt das sind die Leute die sagen der Mensch ist zu über 50% verantwortlich für den Klimawandel das sind 64 Arbeiten und wenn sie das jetzt auf diese 11.944 Arbeiten beziehen dann sind das genau 0,54% also 0,54% aller Wissenschaftler sind sich einig darin dass der Mensch den Klimawandel überwiegend hervorruft das ist nicht sehr viel und dann gibt es Arbeiten die sich Kategorie 2 explizit dazu äußern dass der Mensch einen Klimawandel produziert aber das nicht weiter quantifizieren also die stimmen dem zu dass der Mensch das macht aber sie quantifizieren das nicht dann gibt es ein paar Arbeiten die das implizit machen das ist die Kategorie 3 und wenn sie dann alles zusammenzählen also diese 24,36% 7,72% und 0,54% dann kommen sie auf ihre 33 oder 34 Prozent wie viel waren es denn 32,6% die angeblich sich einig sind dass der Mensch ja was macht er irgendwie Klimawandel macht so und die restlichen Leute wie gesagt Position 4 die haben keine Position das sind die allermeisten 66,73% und der Rest unter ferner liefen halt die sich dagegen aussprechen sie sehen auch schon bei der Auswahl der Kategorien das überschneidet sich irgendwie also ich meine hier unten steht Leute die sagen dass der Mensch explizit weniger als 50% hat naja das sind alle anderen Kategorien auch abgesehen von Kategorie 4 weil wenn sie nicht sagen dass der Mensch mehr als 50% macht heißt das automatisch dass sie sagen der Mensch macht weniger als 50% Klimawandel und diese ganze Geschichte ist schon so aufgemacht also es riecht direkt danach dass hier der Zuschauer manipuliert werden soll in eine ganz bestimmte Richtung okay das ist die Arbeit die Arbeit ist schon so aufgebaut dass also die Aussage das ist ja eine Teilaussage 97,1% stimmt in der Konsensposition zu dass der Mensch irgendwie wenig bis viel globale Erwärmung verursacht für mich immer die Frage kann man das weglassen normalerweise müsste man die 66,4% ja noch erwähnen also die zwei Drittel die sich gar nicht geäußert haben das wird ja immer gerne weggelassen bei der Kommunikation bei dieser Studie woran liegt das naja das könnte daran liegen es gibt ein Handbuch zum Klimakonsens und dieses Handbuch ist geschrieben auch von John Cook und so weiter und davon gibt es auch eine Klimaforscher haben aus der Beweislage geschlossen dass der Mensch den aktuellen Klimawandel verursacht das den habe ich hier hervorgehoben das ist die Quellenangabe und ganz wichtig ist die Übersetzung Bärbel Winkler und weitere diese Bärbel Winkler ist auch als Mitautorin der Studie genannt die Dame ist Deutsche die ist der deutschen Sprache jetzt frage ich mich natürlich ist sie überhaupt der deutschen Sprache mächtig weil wenn ich das dahin schreibe 97,1% der Klimaforscher haben aus der Beweislage geschlossen dass der Mensch den aktuellen Klimawandel verursacht heißt das der Mensch verursacht 100% des Klimawandels zurück zu den Daten das haben die gar nicht abgefragt die haben abgefragt ob die sich in den Abstract dahingehend äußern ob der Mensch mehr als 50% Klimawandel macht von 100% war überhaupt nicht die Rede und den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Konsenses 97% zu vermitteln erhöht nicht nur den wahrgenommenen Konsens es steigert auch die Akzeptanz der Tatsache dass die globale Erwärmung real und menschgemacht ist und ein ernsthaftes Problem darstellt und hier kann man schon sehen wohin das geht das ist Aktivismus also dass die globale Erwärmung real und menschgemacht ist und ein ernsthaftes Problem darstellt hier wird das kann man auch in dem Buch sehen wird dazu aufgerufen dass man irgendwelche Aktionen macht es geht um politischen Aktivismus das hat nichts mit Wissenschaft zu tun ein Wissenschaftler beschäftigt sich mit den Daten und mit sonst gar nichts so jetzt haben wir das Problem dass natürlich durch solche Veröffentlichungen der Fokus auf den sogenannten Klimaschutz gelenkt wird was hinten überfällt ist der Umweltschutz also ich habe gerade zuletzt auch wieder ein Video gesehen wo es zum Beispiel um Plastik nicht nur Mikroplastik sondern überhaupt um Plastik Müll im Meer geht und es gibt anscheinend im Pazifik ein ganz großes Problem dass dort massenweise Müll herumschwimmt durch die Meereströmung und durch die Topografie dort bedingt gibt es bestimmte Stellen wo sich dieser Müll ansammelt und es man kann sehen dass der lastwagen weise Müll zusammenkommt ich kann mir selber nicht vorstellen dass das immer irgendwelche Schiffe sein sollen die dort Müll einfach über Bord schmeißen weil das solche Mengen an Müll sind dass ich davon ausgehen muss das sind wahrscheinlich im Wesentlichen sogar die Inselstaaten die da im Pazifik sind die verklappen ihren Müll wahrscheinlich ins Meer und eigentlich müsste man da auch mal einen größeren Fokus legen weil damit torpedieren wir uns doch unserer Lebensgrundlage vor allen Dingen auch diese Staaten die da leben zerstören damit ihre eigene Lebensgrundlage weil dieser Müll wird natürlich von Fischen aufgenommen von der dortigen Fauna und Flora und die Frage ist was das dort bewirkt und das kann nicht gesund sein wenn ich alle möglichen Chemikalien direkt da ins Meer leite übrigens Fäkalien sowieso auch und das kann nicht zu einem guten Ende führen ich meine vielleicht werden sich ja dann merken wenn dann halt irgendwann die Touristen ausbleiben weil die es dann doch nicht so schön finden wenn dann mal so ein Klopapier beim Tauchgang vorbeischwimmt Tja was bleibt nach all diesem was wir jetzt gerade gesehen haben das kann ja nur für sie ein kleiner Toröffner gewesen sein also ein kleiner Toröffner dass sie so reinblicken können und sagen können damit müsste ich mal länger beschäftigen das hier ist für sie nur für diejenigen die sich noch nicht damit beschäftigt haben nur ein kleiner Licht Blick in dieses große Thema Klimawandel und wie mit den Daten beim Klimawandel umgegangen wird sie merken schon aus dem Vortrag den ich gerade gegeben habe ich bin inzwischen sehr kritisch geworden und traue denen nicht über den Weg die Frage ist was sie machen also vielleicht gehören sie ja momentan noch zu den jenigen die sagen die sind total vertrauenswürdig die Leute die mir was vom Klimawandel erzählen aber dann nehmen sie sich doch bitte die Zeit und überprüfen das was ich ihnen gezeigt habe überprüfen sie die paper und gucken sie auch mal die Gegenseite an die sich die Seite an die sehr kritisch auf die Daten drauf schaut und schauen sie mal was ist denn mit dem Klimaskandal gewesen mit dem Climate Gates Skandal stimmt das was in der Wikipedia steht stimmt das was der an Dohl schreibt oder stimmt das was der Steve McIntyre im Wesentlichen schreibt und was ich ihnen jetzt hier in kleinen Ausschnitten mal gezeigt habe tja bei dem was wir jetzt gesehen haben bleibt eigentlich nur noch zu sagen früher begannen Märchen mit es war einmal und heute beginnen sie mit Wissenschaftler sind sich einig ich danke ihnen vielmals für ihre Aufmerksamkeit und vielleicht hat ihnen ja ein bisschen was gebracht die Damen und Herren zu Hause an den modernen Rundfunk Empfangsgeräten dürfen jetzt ihren Fernseher abschalten und ich verbleibe auch ein nächstes Mal vielleicht zum Beispiel bei Geschichten aus Vicky Hausen machen sie es gut